Herzlich willkommen bei JoeFriedTV und dem Spiel Star Trek Online. Das Spiel habe ich früher schon mal häufiger gespielt. Ich hatte jetzt eine lange Pause. Ich habe mich jetzt mal wieder so ein, zwei Wochen so ein bisschen eingespielt. Ich habe eine gute Hilfe von Leuten aus dem Chat erhalten, die mich auch in die Flotte eingeladen haben und habe mich mit der Lindwurm so ein bisschen weiter durchgeschlängelt in dem Weltraum und in diesen Geschichten. Wir machen aber jetzt folgendes. Wir spielen einen völlig neuen Charakter, bauen den ganz von Anfang an an. Wir spielen im Prinzip einen Newcomer, so als wenn du dir das Spiel jetzt gerade neu gekauft hast und völlig alleine in diesen riesigen Weiten des Weltalls dich befindest und auch temporal völlig verwirrt bist und keine Ahnung, was du machen sollst, außer vielleicht so ein kleines bisschen. Klar, weil wenn man schon mal gespielt hat, hat man ein bisschen Hintergrundwissen. So und wir werden dann einen neuen Charakter gründen. Das machen wir jetzt gleich. So, noch eben gucken, ob die Vertragung richtig läuft. Also, es fängt an. Wir werden einen neuen Charakter erstellen. Wo wir werden, da sind hier ganz viele neue Fraktionen dazugekommen. Es gibt sogar die sogenannte TOS-Sternflotte. Ursprünglich habe ich immer gespielt, die normale Sternflotte. Dann hatte ich einen Charakter als Klingonische in der Klingonischen Verteidigungsstreitmacht. Was hatte ich noch? nie gespielt. Dominion auch nicht, aber Romanische Republik. So, wir spielen heute die TOS-Sternflotte, weil ich die noch nie gespielt habe. Da klicke ich jetzt einmal drauf. Die Erkundungswissenschaft, Diplomatie und Verteidigungsorganisation der Vereinigten Föderation der Planeten. Die Sternflotte wurde 2161 gegründet und hat die Mission, neue Welten, neue Lebensformen und neue Zivilisationen zu erforschen und dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Das Sternflottenkommando befindet sich im Solsystem auf dem Planeten Erde. Beginnen Sie Ihre Reise als neuer Kadett der Klasse von 2270 und stellen Sie sich einer Krise, die über Zeit und Raum hinausgeht. Das heißt, das werden wir jetzt hier als Fraktion mal wählen. Weiter. So, wir können jetzt hier verschiedene Menschen oder Rassen nehmen. Die Tellariten, Androvaner, die haben alle verschiedene Eigenschaften. Vulkanier. Wir werden tatsächlich eine Menschen spielen. Hier verwurzelt auf der Erde. Wobei die auch alle sehr interessant sind. Aber das werden dann unsere Mitstreiter. Wir gucken aber mal ganz kurz durch. Der Mensch, 23. Jahrhundert, Einbewohner, also Menschen, sind eine der Gründungsspezies der Vereinigten Föderation der Planeten. Als warmgütige, humanoide Spezies mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von circa 120 Jahren weisen Menschen große Unterschiede in ihrer Kultur und ihren Erscheinungsformen auf. Die Farbe der Haut, Augen und Haare weichen unter den Individuen erheblich ab. Und beinahe jeder Mensch trägt deutliche Unterschiedsmerkmale. Sie sind zwar nicht so stark wie Klingonen oder Vulkanier, aber Menschen sind widerstandsfähig und können sich an eine große Zahl von Klimazonen anpassen. Interessant sind natürlich auch die Vulkanier. Man bekommt dann tatsächlich bestimmte ethnische, also vom Volk her bestimmte Eigenschaften, dass man dann widerstandsfähiger ist. Und solche Dinge. Wir werden wirklich den Menschen spielen. Der ist auch wohl mit einer der Schwächsten. Mann oder Frau, in dem Falle werde ich jetzt mal ein Mann spielen. Ich habe schon mehrere weibliche Charaktere gespielt. Wir werden ihn hier nehmen. Gut, weiter. Karriere wählen. Wir werden, das ist ursprünglich von Captain Kirk einmal, die Bezeichnung gewesen. Der war technischer Offizier. Der taktische, der wurde später genommen, eben für ja, für Sicherheit und ja und so weiter. Weil sie ist auch immer so. Wir werden aber tatsächlich einen Wissenschaftsoffizier stehen. Achso, da steht ja hier. Sie sind ein taktischer Offizier der Sternflotte. Sie verteidigen ihr Schiff und ihre Crew und übernehmen das Kommando in Kampfgarien. Planung, Truppen, Taktiken und Schadenserhöhung sind einige ihrer Waffen und sie unterstützen ihre Crew, indem sie feindliche Feuer auf sich ziehen oder die Effektivität ihres Außenteams mit erstklassigen Taktiken erhöhen. Entschlossene und überwältigende Taktiken machen sie zu einem effektiven Anführer. Ihr Einfallsreichtum und ihre Belastbarkeit können in jedem Konflikt das Blatt wenden. Das sind dann so spezielle Eigenschaften. Ihre größte Stärke ist ihre Vielseitigkeit. So, wir werden vielseitig sein und werden einem Vulkanier nachstehen, der auch immer sehr wissensbegierig ist. Und machen wir weiter. Ich spreche da mal nur so von Spock. Wir sehen auch dann, dass die Farbe sich ändert vom Hemd. Weiter. Und noch mal so zur Info. Ich werde dieses Spiel jetzt erstmal zeitweise diesen Charakter nur circa jeden Samstag spielen, um diese Uhrzeit, damit jeder, der sich auch neu orientiert in Star Trek Online rein unten Charakter anfängt, die Chance hat, das mit mir langsam durchzugehen. Denn wenn ich jetzt jeden Tag dieses Spiel spielen würde, kommt ja keiner mehr mit. Also ich spiele jetzt jeden Samstag und wenn ein bestimmter Rang erreicht ist, könnte man sogar auch als Gruppe mal zusammen spielen. Und wir könnten auch später mal eine eigene Flotte gründen. Wollen wir mal gucken. Also wie gesagt, jeden Samstag spiele ich und dann mal gucken, was man in Zukunft machen kann. Ich spiele an den anderen Tagen mal meine alten Charaktere weiter. So, was nehmen wir jetzt hier? Man kann jetzt hier wirklich ganz viele Einstellungen vornehmen. Wir werden uns jetzt hier einen hauptsächlich 0815 Charakter vornehmen. So, was kann man im Kopf noch eben schnell ändern? Die Frisur ein bisschen ändern. Die kann man auch später im Spiel noch mal ändern. Aber ganz schön klingolisch gerade. So, dann ist das, was ich hier auch so ungefähr habe. Passt. Jetzt können wir auch die Färbung machen. Oh, das ist so eine Art dunkelblond. Kann man jetzt schlecht sehen. Ich habe nicht so viel Licht, aber so rot ist es nicht. Braun auch nicht. Leute nehmen ja meistens so ihre Haarfarbe, die sie eh und je schon immer haben. Ah je, das passt doch. So, Augenfarbe hat er jetzt gerade blau oder? So, Augenfarbe hat er jetzt gerade blau oder? So, die Größe 1,86. Passt aber nicht so, ne? So, mehr geht nicht. Die Haltung. Oh, Agro, ne? Ne, ne, was machen wir heute? Ja, ich finde es Standard schon in Ordnung. So, mein Kopf, da hatten wir ja alles, ne? Wichtig. Kann man auch noch erweitert. Wir können uns jetzt hier total auslassen, ja? Wir können uns hier stundenlang mit beschäftigen. Das wird auch jeder machen, der seinen eigenen Charakter so als erstes direkt mal so anfängt. Schulter und so weiter ist gut. Ich denke mal, das reicht. Das mache ich euch, so etwas zu verbessern oder zu verändern oder zu verschlechtern. Sternflotten, ach ich lasse auch die Uniform. Hier kann man den Rang alles ändern, wie man möchte, immer wieder. Ich kann auch hier kurze Hosen tragen. Pants. Na gut, ist jetzt hier gerade nicht mehr kurz, aber gibt es auch. Es gibt auch zig Möglichkeiten. Und Röcke. Da geht man dann später zum Friseurschneider. Da kann man sich auch immer wieder die Uniform ändern. Ich nehme jetzt hier mehr so diese Voreinstellung. Das passt alles so, wie es ist, finde ich. So, und weiter. Jo, hi Thorsten! Gerade angefangen. Der ganz neue Charakter, den ich jeden Samstag nur spielen werde. Damit, wenn jemand neu Star Trek Online spielen möchte, dass er kostenlos ist, in der Woche Zeit hat, diesen Spielstand locker aufzuholen. Ja. Also diesen Charakter spiele ich nur jeden Samstag. Ohne große Hilfen, dass ich da jetzt meinen anderen Charakter mit zur Hilfe nehme. So, der Name des Captains. Ja, Zufall ist schon mal gar nicht. Nein. Oh Mann. Formaler Name. Oh Mann. Formaler Name. Jo Newcomer. Jo Newcomer. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob man das jetzt hier nochmal eintragen muss, keine Ahnung. Das Schiff wird immer Bergfried heißen. Und Energie. Das heißt, so wird der Name dann immer überall angezeigt. Ich mache das jetzt aber hier. Mal gucken, wie das dann aussieht. Ich hoffe, es ist richtig. Man kann sich später gegen Geld nochmal umändern. Das ist so eine Art Cent-Währung. Die kann man sich mit Echtgeld kaufen. Die kann man aber auch sich über die Lithium umwandeln und Verkauf sich verdienen. Und man hat eh und je später immer nochmal so ein paar Gutscheine, mit denen man kostenlose, mit denen man das ändern kann. Also man kann das ganze Spiel tatsächlich ohne Echtgeld spielen. Und das ist auch hier jetzt mit der Herausforderung. Energie. Jetzt sieht man das hier im Namen. Und da hätte jetzt Jo nicht sein müssen. Aber lassen wir so. Das Eigenschaftssystem wurde geändert und alle gewählten Eigenschaften wurden zurückgesetzt. Klicken Sie hier, um Ihre Eigenschaften kostenlos erneut freizusetzen. Sie können Ihre aktiven, also man sieht jetzt hier erstmal, wenn man jetzt neu startet, man sieht erstmal riesig viele Dinge. Angenommene Mission. Ich singe von Waffen. Sie sind dem Kanal Zone beigetreten. Auszeichnung erhalten. Willkommen bei Star Trek Online. Hier oben ist das Management, mit dem man eigentlich alles an Menüs erreichen kann, was es nur gibt. Da kommen wir später zu. Persönliche Bodeneigenschaften. Sie können Ihre aktiven Eigenschaften ändern, indem Sie sie in der Liste der verfügbaren Eigenschaften rechts an- oder abwählen. Dabei müssen Sie sich in einem Vergnügungsbereich befinden. Dann ist das gleiche hier. Noch mal hier. Das sind die, die ich jetzt zur Verfügung hätte. Die kann ich jetzt hier einsetzen. Die werden erst hier ab Level 10 freigeschaltet, ab Level 20. Und wie Ihr gesehen habt, mein alter Charakter ist jetzt schon Level 65. Man wächst also ganz langsam in allem rein und lernt das hier auch dann hier so kennen. Ich habe 3 frei. Ich könnte jetzt sagen, erhöhter Schaden und Bedrohungsregeneration. Details. Erhöht den Schaden, den Sie anrichten und veranlasst Feinde, eher Sie als andere Ziele anzugreifen. Na, wäre ich ja blöd. Wofür habe ich denn meine Brückenoffiziere? Hä? Wollte ich nicht. Die also speziell ausgebildet sind für solche Sachen. Ich bin doch nur ein armer kleiner Wissenschaftler. Ne, 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 ne. Dann will ich wieder raus haben. Weg damit. Keine Ahnung. Wann? Wann? Dann brauchen wir wieder raus. Inaktiv. Angriffsausbildung. Sturmwaffenschaden. Bodeneigenschaften. Erhöht den Schaden von Sturmwaffen. Ja, hi, da ist er. Hi, Romulanische Republik. Forst. Das ist der Kollege Pacioli. Ja. Mit dem ich auch schon, bzw. der mich auf einige Missionen mitgenommen hat. Der wird dazu gucken. Aber bitte nicht langweilen. Ich spiele einen Newcomer. Man sieht es sogar am Namen. So. Angriffsausbildung. Ich spiele diesen Charakter auch nur jeden Samstag, damit jeder langsam mitkommt. So. Der das Spiel noch gar nicht kennt. So. Sturmwaffenschaden. So. Bodeneigenschaft. Erhöht den Schaden von Sturmwaffen. Plus 5% zusätzlicher Sturmwaffenschaden. Hört sich eigentlich super an. Da kann ich mehr Schaden machen. Ich tue den mal rein. Den kann ich ja gleich wieder rausnehmen. So. Belastbarer physischer Widerstand und Energiewiderstand. So. Habe ich Schadenswiderstand? Auch nicht schlecht. Gergenau Wissenschaftler. Diese Eigenschaft erhöht den Schaden, den sie Feinden zufügen, die von Kontroll aber Debuff Kräften betroffen sind. Alle Schäden gegen Ziele, die von Kontroll oder Debuff Fertigkeiten betroffen sind. Hmm. Nicht schlecht. Aber da kann jeder sich seinen Charakter entsprechend einstellen. Bodeneigenschaften verringert die Wiederaufladezeit von Git-Fertigkeiten. Gewehrausbildung erhöht den Gewehrschaden. Plus 5% zusätzlicher Gewehrwaffenschaden. Auch nicht schlecht. Was hat der hier oben? 5% Sturmwaffenschaden. Bei dem Unterschied möchte ich jetzt mal gerne wissen. Sturmwaffe und Gewehr. Kann doch das gleiche sein oder nicht? Hm. Das sehen wir vielleicht noch. Glückspilz, kritischer Trefferwahrscheinlichkeit und Expertenchancen. Das finde ich gut. Ich will ein Glückspilz sein. Was kann man noch? Hohe Gesundheitswerte könnte man auch reinnehmen. Giftschadenwiderstand, Bonustreffer. Aber wir haben ja hier später noch mehr. Möglichkeiten. Wie viel macht der uns denn? Plus 10 malige Trefferpunkte. Binde ich besser. Das heißt, den hier werde ich deaktivieren. Was war das denn? Da. Und so geht das hier immer weiter. Da kann man sich echt was. Standfest. Für Soltat, Pistolenausbildung, mentale Disziplinien. Dienstburgs medizinischer Vorreiter. Was heißt das denn? 50% mehr Schadenswiderstand. Da kann man sich also stundenlang mit beschäftigen. Wir nehmen jetzt einfach mal, ich sag mal hier ein bisschen Gesundheit. Dann sind wir eben langsamer und treffen nicht so schnell und so heftig. Können wir später machen. Jetzt vermute ich das nächste Raumeigenschaften. Es sind keine Raumeigenschaften-Fähigkeiten zu Aktionen frei. Raumruf nicht, das nicht, dies nicht. Aktiver Bodenruf nicht. Ja, das ist doch dann einfach. So, und was haben wir nicht gemacht? Doch, Details. Beziehungsweise Menschen sind inspirierte Anführer und arbeiten außerordentlich gut mit anderen zusammen. Ihre Führungseigenschaften inspirieren hatten wir schon. Raum erhöht Höhlenregenerationsbonus und Widerstand gegen Dauer von Subsystemen auf seinen Boden. Erhöhte Tartinschaden durch Spezialangriffe. Das heißt, man könnte sowas dann natürlich auch nochmal entsprechend fördern. So, haben wir. Nutzen Sie die Tasten W, A, S, D. E, A, S, D, nicht W. Personen, mit denen Sie interagieren können, haben ein Symbol über Ihrem Kopf. Drücken Sie einfach die Interaktions-Taste F, um mit Ihnen zu sprechen. So, da gehen wir mal hier mit Käpt'n Gerrit. Leutnant, wir haben das Wrack eines abgestürzten Schiffes gefunden. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Nehmen Sie ein Außenteam zur Oberfläche, überprüfen Sie die Lage und suchen Sie nach Überlebenden. Wir werden so gleich herunterbeamen, Sir. Was, jetzt schon? Ich singe von Waffen. Bei mir leuchtet auch was auf. Neues Anruherwelt, da kriegt man dann die ganzen Hilfsmöglichkeiten gezeigt. Spielerverhalten, melden, ich stecke fest, Account Support, Charakterprobleme, Probleme mit Gegenständen, schließen. Des Weiteren, wenn einer jetzt zum Beispiel mit dieser Oberfläche hier nicht klarkommt, da geht man dann hier oben, also entweder ESC drückt man, oder geht auf Zahnrad. Oder kann man seine Hut neu anordnen, oder kann man das hier alles verschieben. Das mache ich jetzt aber nicht, weil das will ich nicht. Ich habe da so lange für gebraucht, ich packe das mal hier an. Hier kann man alles verschieben. Ich bin so froh, dass das alles richtig eingestellt ist. Man kann auch Sachen verstecken, indem man Anzeige hier, da steht verstecken. Und da steht Anzeigen. Ich drücke jetzt nochmal ESC und dann ist das automatisch sogar gespeichert. Und auf dem Zahnrad ist auch die Sache, wenn man dann hier nicht nur Hut anordnen, sondern Optionen. Da ist dieses Fenster, da kann man dann allgemein einstellen, wie die Kamera sein soll. Mit welchen Geräten man spielt, Audio-Lautstärke anpassen, Headset, Voice-Chat, die Anzeige, da kann man vieles ändern. Grafik kann man auch ändern, also es ist sehr umfangreich. Man kann auch den Schatten noch verändern und dass das alles flüssig läuft. Steuerung drehen lassen, wenn Sie ein Ziel zugewandt sind. Oder Auto-Zielen beim Angriff wählen, Ziel bei Angriff unterstützen. In der Regel ist das schon mal von der Norm her, also vom Grundsatz her gut eingestellt. Das kann man dann hier für Boden und für Weltraum alles extra einstellen. Auch hier die Tastenbelegung kann man ändern. Ich habe zum Beispiel hier Shooter-Modus und Scannen habe ich vertauscht. Das muss jeder selber wissen. Ich bin bis jetzt noch nicht so ganz zufrieden, wie das so ist mit diesen Tasten. Mit In Deckung gehen, also Hocke, Scannen und Nächsten Feinde anvisieren. Das wäre jetzt zu weit. Und hier eben die Hood, was man da alles angezeigt haben möchte und so. Da kann sich jeder auch selbst mit beschäftigen. Das kann man jetzt nicht einfach so erklären. Dafür gibt es dann auch noch mal Gruppen, auch Flotten, die dann auch ihren Discord haben, auf die man dann zurückgreifen kann. Wir werden uns jetzt auf den Boden beamen. Nicht so schnell. Aufgrund der atmosphärischen Störung können wir die Transporter nicht verwenden. Sie müssen einen Shuttle nehmen. Setzen Sie die Sensoren ein, um einen sicheren Landeplatz zu finden. Kennen Sie die Oberfläche und suchen Sie einen geeigneten Landeplatz. Klingt gut, Sir. Ich hätte ja gesagt, ein Eis, Sir. So, hier oben ist ja die Midi-Card. Mit dem Mausrad kann ich jetzt so gut immer so einstellen. Kann ich auch so ein bisschen schieben, wenn ich mit der Maustaste so drücke mit der linken. Ich kann natürlich auch die Taste M drücken, die ja bei vielen Spielen über die Karte ist für Map. Dann hat man hier so den Überblick. Und ich denke mal, wir sollen da jetzt auch hingehen. So, das ist das Scannen wieder. Genau. Das Scannen wird nicht von Charakter zu Charakter übernommen. Jetzt werde ich das nochmal umändern. Option. Tastatur Funktion. C ist Deckung. Genau. So, Scannen braucht man nicht so oft im Spiel. Dann drücke ich einmal drauf. Dann lege ich den auf B. So, und den Shooter-Modus auf V. Okay. Und jetzt brauche ich da nur so draufdrücken. Dann könnte ich jetzt sofort schießen. Oder kämpfen. Und jetzt kann ich einfach so mit dem Vorwärts gehen und so, wie ich die Kamera lenke, automatisch mit der Maus, kann ich dann schön hier so mal langlaufen. Wo soll ich denn jetzt hier überhaupt hin? Da. Oberfläche Scannen. Jetzt gehen wir hier zum Käpt'n. Aber irgendwann, eines Tages, werde ich auch Käpt'n sein und da sitzen. So. Haben Sie einen geeigneten Bereich für eine Landung ausgemacht? Ja, Sir, es gibt die eine recht große Dichtung nahe der Absturzstelle. Ausgezeichnet. Ich habe Fähnrich Miers zu Ihrem Außenteam zugeteilt. Sie waren schon einmal auf Taurus 2. Ihre Erfahrungen werden recht nützlich sein. Setzen Sie sich mit ihr und den anderen bei der Shuttle-Rampe. Holen Sie sich vorher einen Phaser aus der Waffenkammer. Joe, ich habe in Jim Kirks Bericht gelesen, dass Taurus 2 ein wenig rau sein kann. Gehen wir zur Waffenkammer. Hi, Sir. Bin unterwegs. So. Und da steht jetzt, Ihre aktuellen Aufgaben werden hier angezeigt. Ich singe von Waffen. Den Turbolift zum Technik-Deck nehmen. Wie ich angemerkt habe, es wird einem von Anfang an alles erklärt. Es ist immer gut, auch mal wieder als Newcomer anzufangen. So, hier stehen hier unglaublich viele Sachen im Chat. Wer Lust hat, kann sich das ja mal durchlesen. Ich mache den meistens immer aus. Turbolift. Technisches Deck. Taste F drücken. So. Jetzt sehen wir oben auf der Minimap immer auch die Stelle, wo der Commander ist und wo man was fragen kann und machen kann und tun kann. Ich schaue aber erstmal auf der großen Map, ob ich jetzt irgendwie Überblick verloren habe. Nein. Mit Fenrich Tarsi reden. Fenrich Tarsi, melde mich zum Dienst. Der Käpt'n hat mir aufgetragen, sie in einem Stück zurückzubringen. Und genau das werde ich auch tun. Danke, Tarsi. Äh, Tarsi. Was wissen Sie über Taurus 2? Mal sehen. M-Klasse Planet. Knapp die Taucheraner sind groß, primitiv und leicht reizbar. Ich würde meinen Phaser bereit halten. Übrigens, wenn Sie mir zur Waffenkammer folgen, können wir Ihren Phaser korrekt einstellen. Gut. Gehen Sie voran, Fenrich. Äh, 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 äh. Muss man hier immer rennen? Keine Zeit, ne? So. Ihre Minikarte zeigt Ihnen, wo sich Missionsziele befinden. Ein Pfeil scheint auf der Minikarte, wenn Sie sich zu weit entfernen und vom Ziel aufhalten. Ja? Dann ist da so ein grüner Pfeil und er sagt, geh mal in die Richtung. Haben wir. Gegenstände, mit denen Sie interagieren können, sind von einem leuchtenden Aura umgeben. Gehen Sie zu den Phaser und drücken Sie die F-Taste, um ihn aufzuheben. Gehen Sie zum Phaser und interagieren Sie mit der F-Taste. Ja, ja gut. Ihre Faser-Pistole wurde automatisch ausgerüstet. Sie können die Ziele in der Umgebung für Schießübungen nutzen. Wählen Sie ein Ziel an und rechts klicken Sie es, um es anzugreifen. Schießübungen. Da kann man sogar wechseln mit der Taste Y. Nur ich habe nichts zum Wechseln. Da oben steht rechts in der Minimap, also rechts im Fenster steht, Schießübungen machen 0 von 4. Fehlte nicht? Wunderbar. Shuttle-Rampe erreichen. Gute Arbeit, Leutnant. So, jetzt kann er die aber nicht so einfach wegtun. Es gibt ja noch Holstern. Aber jetzt habe ich diesen Ego-Shooter-Modus. Ja, und wenn nicht, dann ist das immer so schwer mit dem Laufen. Kann man auch. Tja, das habe ich bis heute noch nicht herausgefunden. Ist halt so. Guck mal, da schlafen welche. Wollen wir mit Fenrich Mörs reden? Ich hätte ja gerne die Waffe jetzt so weggesteckt, ne? Da war was mit der Taste H. Holstern, ne? Da haben wir es doch. Fenrich Mörs, melde mich wie befohlen. Ich bin bereit, wenn Sie es sind, auch wenn ich nicht Taurus 2 sind, unbedingt wieder sehen möchte. Oh, warum Fenrich? Ich war Mitglied der sogenannten Galileo 7, einem Wissenschaftsteam, das den Murasaki-Effekt studiert hat. Unsere Schatte ist auf Taurus 2 abgestürzt und nicht alle von uns haben es auf die Enterprise zurückgeschafft. Das tut mir leid. Ich denke, ich denke, Sie verstehen nun, warum ich nun ungern zu diesem Ort zurückgehe. Das tue ich. Doch Sie sind das einzige Besatzungsmitglied, das schon einmal an diesem Ort war. Ihre Erfahrung wird bei dieser Mission von großem Wert sein. Ich? Ja. Sie haben natürlich recht, Leutnant. Ich bin ein Offizier der Sternenflotte und werde meine Pflichten erfüllen. Sie können auf mich zählen. Sie können auf mich zählen. Ich habe es nie bezweifelt. Äh. Ja. Ähm. Ne. Gelb. Hier. Da. Ne. Laufen Sie nicht weg hier, Madame. Soll ich jetzt vor? Okay. Bitte folgen. Shuttle bestallen. Oh. Wir fliegen. Da ist aber noch eine alte Technik da. Ein Dinghy. So hat man die früher auch genannt. Dinghy. Beiboote. Kopernikus. So. Es ist hier genauso trostlos, wie ich es in Erinnerung habe. Ich. Es kommt mir so vor, als ob die Kreaturen da draußen nur darauf warten würden, uns anzugreifen. Wenn sie wachsam, das könnte tatsächlich der Fall sein. Wichtig. Okay. Scheinbar ist das Schiff nötig von ihr abgestürzt. Es gibt zwei Wege, die zur Absturzstelle führen. Auf beiden könnten sich Überlebende befinden. Nehmen Sie das Alpha Team zum nordwestlichen Pfad und ich nehme das Beta Team zum nordöstlichen. Wir treffen uns an der Absturzstelle. Wir treffen uns an der Absturzstelle. Klingt gut. Wir sehen uns dort. Jetzt erst mal wieder nachdenken. Links, rechts, geradeaus. Was? Wo? Nordöstlich. Nord ist vorne. Ich soll westlich, also nach links. Die Minikarte zeigt Ihnen, wo sich Ihre Missionsziele befinden. Genau. Der Pfeil ist dort erschienen. Da muss ich also hin. So, das machen wir jetzt auch. Da, 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 da. Man sieht auch oben den Kompass ganz oben auf dem Bildschirm dieses Ausrufungszeichen. Da ist die Mission. Das bewegt sich immer schön mit. Folgt mir auch einer? Wie heißt denn Ihr? Da warte ich wenigstens für die Verlustmeldung. Fenrich Tarsi, genau. Von Anfang an. Und Du bist neu. Ich habe mal gehört, Teammitglied Nummer 5 stirbt immer. Ja? Ich habe aber nur drei, also wird keiner sterben. Kommt! Alle mit! Keine Angst! Drücken Sie die Taste Umschalten, um zu springen. Wie? Nicht die Leertaste? Umschalten. Da glaubst du, da wurde ich im Ernst. Also wenn ich jetzt Umschalten drücke, also die Leertaste ist bei mir. Vielleicht habe ich die mal umgelegt oder so. Keine Ahnung. Hauptsache ich weiß, wie ich springe. Bin ich auch gewohnt von anderen Spielen. Oh ja. Oh, das ist ja das abgestürzte Raumschiff. Sieht ja auch grafisch interessant aus. So, wir scannen. Das ist ja zweifellos Föderationstechnologie. Reste des Kühlmittelsystems. Eines Shuttles meines Tricorders zufolge. Es könnte ein abgestürztes Shuttle in der Nähe sein. Sehen wir uns einmal um. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich muss sie immer irgendwie wegklicken. Aber ich finde gut, dass die Hilfen da sind. Das ist hier abgestürzt. Das ist ihr abgestürztes Shuttle. Beziehungsweise was davon übrig ist. Sehen Sie, da drüben ist jemand. Die Person scheint verletzt zu sein. Wir sollten ihm helfen. Wo seht ihr denn jetzt Leute? Da hinten? Leute, Sie werden nicht nah genug herankommen, um ihn wieder zu beleben. Während dieses Ding Plasma ablässt. Diese Ventile sollten es abschalten. Schalten Sie die Plasma-Ventile ab. Einverstanden. Fangen wir mal hier von der Seite aus an. Sieht ungefährlicher aus. Steht hier oben rechts. Wieder in dem Textfenster. Plasma ersten von zwei. Brutzel, Brutzel. So, verletzte Überlebende behandeln. Ich danke Ihnen. Wir müssen hier weg. Diese Dinger. Sie sind immer noch da draußen. Welche Dinge? Oh. Dings da. Oh. 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 sensationern. Okay. Et.. Aaaaah. Wie gesagt, das habe ich hier nicht gespielt. Das für mich natürlich jetzt auch selten ist bawah. Er wollte mich töten. Das ist jetzt wieder so ein bisschen Film. So, mit dem Überlebenden sprechen. Das ist jetzt wieder so ein bisschen Film. Ich bin Dr. Phineas Groggen, Teil des Forschungsteams für den Murasaki-Effekt. Nun, das war ich, bevor das Schiff abstürzte. Ich habe nach Vorräten gesucht, all dieses Ding brüllte, habe mich ablenken lassen und dann explodierte diese Plasmaspule, hat mich fast getötet. Sie können sich glücklich schätzen, Doktor. Wir müssen die Vorräte zum Lager zurückschaffen. Dr. Müller ist sicher schon sehr besorgt. Einverstandig, Hose, gehen Sie voran. Vorräte aufnehmen. Sonst ist hier nichts. Man kann sich das auch alles schön angucken. Ich sag mal, wenn man hier völlig neu spielt, macht man das ja auch. Dann machen wir mal so ein bisschen rum da und so. Wo ich natürlich ganz neu gespielt habe, dachte ich ja auch, man könnte irgendwo jetzt noch Sachen finden. Aber wenn das da nicht irgendwo steht, ist das nicht so. Ich bin froh, Sie zu sehen. Wir dachten, wir wären hier mit diesen Monstern gestrandet. Wir holen Sie bald hier raus, Sir. Die von Ihnen gebrachten Vorräte werden nützlich sein. Während wir warten, stellen Sie sie dort drüben ab. Wissen Sie, ich glaube, dort befinden sich auch alte Phaser-Gewehre. Die können gegen diese Kreaturen helfen. Liefern Sie die Vorräte und öffnen Sie die Kiste. Danke, wir werden uns das ansehen. Gewehre verteilen. Mit Fehlendrichtar-Sirenen. Er steht ja rechts im Pester. Um schnelle Ausrüstungen zu verwenden, drücken Sie zuerst die Taste U, um Ihr Statusfenster anzuzeigen. Ja, Leute, das mit dem U. Ich spiele hier im Liegen. Ich kann nicht so lange sitzen. Und dann ist da mit der Taste U immer so eine Sache. Nein, das geht auch anders. Ich mache jetzt mal die Taste U. Die macht gar nichts. Wo die falsche Taste ist, war Ü. Äh, da, genau. Ich drücke jetzt aber noch mal die Taste U. Das ist weg. Das hat den Grund, um Euch zu zeigen. Das kann hier auch alles mit der Maus. Für die Leute, die das auch nicht so mit den Tasten können. Aus irgendwelchen Gründen. Das ist jedem hier seine eigene Sache. So, dann drückt man hier oben auf das Fenster. Klicken Sie auf einen beliebigen Gegenstand für Ihren Captain-Schiffs oder Brücken-Offizier. Das Fenster ausrüsten zeigt alle verfügbaren Gegenstände an, die in diesem Platz verwendet werden können. Wenn Sie sich auf einer Karte mit Bankzugang befinden, können Sie auf Gegenstände aus Ihrer Bank zugreifen. Aus Ihrer Bank zugreifen. Andernfalls erscheinen Sie grau. So. Mit Filter und Eindruck dran. Inventar. So, ich könnte jetzt zum Beispiel dieses Gewehr nehmen und in mein normalen Inventar rein tun. Das sind die Hosentaschen. Da werden sich später auch ganz viele Sachen drin befinden. Aber zur Zeit will ich ja die Waffen haben. Geräte. Ah, hier. Mit der Maus draufklicken und von unten heranschieben. Hier hat man Kit-Module und so weiter. Hier sieht man die Werte. Was was irgendwie ausmacht. Ich glaube, wenn ich jetzt hier Schilde, da steht ja 100%. Wenn ich das jetzt hier rausnehme, dann haben wir nämlich gar keinen Schildschutz. Jetzt kann man also gut überprüfen, ob etwas besser ist oder nicht. Jetzt gehen wir jetzt Schild nicht mehr drauf. So. Da war ja die Schildseite. Und Fähigkeiten, Eigenschaften. Da kommen wir vermutlich ganz später zu. Sie können zwischen zwei ausgerüsteten Waffen wechseln, indem Sie Z drücken. Ah, so war das. Ja, das habe ich umgelegt auf die Z-Taste Y tatsächlich. Ja, das hat ja nicht übernommen von dem anderen Charakter. Dann gehe ich nochmal auf Optionen, Tastenfunktion, Waffen wechseln. Weil was man einmal gewöhnt ist, wird man immer wieder benutzen. Wobei die Tasten auch für Keybind später wichtig sind. Das erzähle ich dann später mal, weil da fälfte ich mich ja gerade selber mit. Waffe wechseln. Wollen wir es denn? Was ist Z hier? Y. Okay. Jetzt kann ich die wechseln. Wenn ich Z drücke, ist mir früher im Kampf, das war so, immer passiert, dass ich dann auch mal aus Versehen die Taste T erwische. Für Textfenster. Da bist du plötzlich im Texte schreiben. Und hast das große Problem, dass du völlig aus dem Kampf bist und nicht richtig steuern kannst und dann erst mal wieder realisieren musst. Ja, wie komme ich denn wieder zurück? Aus dem Wunder habe ich das auf Y gelegt. Aber das muss jeder so machen, wie er selber es glaubt, besser mit zurecht zu kommen. Was machen wir jetzt? Da hinten sind Feinde. Mit Fenrich Terasi sprechen. Da? Tarsi. Die Ziele sind bereit, Leutnant. Lassen Sie die überlebenden Schießübungen durchführen und geben Sie ihnen dabei Tipps. In Ordnung. Ihre Waffe verfügt über einen alternativen Feuermodus. Der Effekt dieses Modus verliert von Waffe zu Waffe. Sie können diesen sekundären Feuermodus aktivieren, indem Sie die Taste 2 drücken oder auf das entsprechende Symbol klicken. Das ist jetzt wieder eine sehr komplizierte Sache. Ihre Waffe verfügt über einen alternativen Feuermodus. Der Effekt dieses Modus verliert von Waffe zu Waffe. Sie können diesen sekundären Feuermodus aktivieren. Das mache ich mit der Taste rechts. Ich kann natürlich auch mit der Taste eins schießen. Ich drücke jetzt mal auf Taste eins. Das geht jetzt wieder nicht. Dann kann ich die Taste zwei. Naja, also die Taste eins ist auch die linke Maustaste. So. Darum habe ich ja immer Waffenwechsel gemacht, ja. Da hast du. Genau das passt, der rechte ist der heftige. So. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Ich werde im Beginn besser zu werden. Das ist der heftige. Also die linke Maustaste oder eben die Taste eins ist für schnell schießen, was nicht so stark ist. Und die Taste zwei ist eben der, wo mehr Power ist auch. So. So. Recht wie auch rechte Maustaste. Hat aber auch einen Coo-Down. Ja, man sieht das da unten, wie die Zeit abläuft. Jetzt geht's wieder. So. So. Mit Müller wieder sprechen. Wo ist denn Müller? Ach, der ist der Müller. Dr. Müller. So. Ich werde jetzt erstmal dieses Zeigefenster wegmachen. Das ging so nicht. So. So. Es gibt noch nicht mehr Generalmusik,en mit euch altribeARA und UCB alle Missionen. там sind direkt hinter mir! Das wären die richtigen Gegner für die Clingoen. Da würden die sich freuen. Schön之後 mit Nagkampf und so in die Taurier zu executionen. Wo sind sie denn? wir müssen diesen personen in sicherheit bringen die taurianer werden in großer zahl zurückkehren einverstanden sie und tarsi machen der durchgang während ich die anderen in sicherheit bringe korga mit teilen dass er zu den trümern zurückfallen soll in der schiff oder werden wir gefangen sein so überleben wir zu den trümmern senden wenn ich wieder reden wir konnten sie bis bislang abwehren weil sie angst für unsere waffen hatten aber ich glaube nicht dass das doch lange funktioniert wir müssen uns zum schiffswrack zurückziehen ich habe eine idee hoffentlich etwas gutes schließen sie die türen also das letzte mal als ich hier war hat scotty ehemaliger commander scott die hülle der shuttles elektrifiziert das hat den hat den die taurianern die suppe versalzen als sie versucht hatten einzudringen denken sie wir könnten hier etwas ähnliches zustande bringen vielleicht aber nur wenn noch genügend saftige batterien ist muss ich als wissenschaftler rolle hülle elektrifizieren sie haben es geschafft leuten es hat funktioniert gesegnet seit scotty wir schulden ihm eine große flasche scotch in der tat also was ist da draußen geschehen die taurianer haben uns in einem hinterhalt gelockt es gelang mir zu entkommen doch die anderen sie wurden gefangen genommen wir müssen etwas unternehmen und zwar so schnell wie möglich bringen sie die überlebenden zum schaden und ich werden die geiseln retten wir können unseren rekorder dazu verwenden die von den taurianern hinterlassen den hitzesignaturen zu verfolgen wie thermale brotkrummel oder guter gedanke da laufen wir jetzt da oben erlang da steht ja auch in der aufgabe den taurianischen raidern nachspüren nach hitze temperaturen scannen das mache ich jetzt gerade nicht mit dieser scan taste die ich vorhin immer gedrückt habe sondern mit der taste f weil das jetzt eine aufgabe ist wobei das mit f löst hey wer war das oliver mir ja das klappt doch es muss irgendwo doch einer sein weil die mission ist auch nicht schlecht weil die mission ist auch nicht schlecht nicht so richtig ne hat er nicht so weiter temperatursignatur nachgehen oh schöne höhle also hier sind unglaublich viele storys in diesem spiel star trek online für kostenloses spiel eigentlich gar nicht zu glauben ja also wirklich es war ja ursprünglich gar nicht so ganz kostenlos aber man hat es kostenlos gemacht aber es ist wirklich klasse also man hat hier wirklich ganz viel spiel den tauranischen anführer besiegen soll jetzt mal gucken ob man auch in deckung gehen kann ja ich wollte glaube ich mal die ziel taste mit deckungs taste oder ich gewöhne mich jetzt so daran also ich werde jetzt zielen und deckung werde ich tauschen oh ich habe glaube ich aus versehen falsche taste gerückt ich werde das mal tauschen optionen testen funktionen deckung wo haben wir deckung das ist die sprechen von der taste x taste x die kann man am meisten schneller finden hier aber x zielmodus genau den will ich ändern auf die taste und das war die taste c drucken drucken so ok das war doch gar nicht drucken 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 oder deckung also ich will wenn deckung das war nicht so ich will ich will es sind so sogar später scannen auf z auf dieses andere auf u machen aus aus für aktion langsam weg so springen rennen rollen ziel modus drucken da sieht das nur jetzt gerade so komisch aus genau genau es auf dass die das das es so es Danke für Ihre Rückkehr, Sir. Wir schulden Ihnen etwas. Ich hatte schon fest damit gerechnet, in dem Besuch eines dieser Dinger zu enden. Nicht so lange, ich noch ein Wörtchen mitzureden habe. So, zum Schiffswrack zurück. Faszinierend. Die Taurianer scheinen sich entwicklungstechnisch in einem steten Stadium der Steinzeit zu befinden. Jetzt ist nicht gerade die beste Zeit für eine Lektion über Menschen. Grunde, Skia. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ihr folgt mir? Da kommen Sie. Ich bin ja für Ihre Sicherheit verantwortlich. Also renne ich mal nicht so schnell. Nicht, dass denen hinterher noch was passiert. Ich sehe das ja oben auf der Minimap. Bilde ich mir das ein. Dieses Wackplünderer sehen aus wie Klingonen. Aber was machen die Klingonen auf Taurus? Hingen wir es einfach heraus. Phaser-Bereit machen. Nur für den Fall, dass die Fragen nicht zugänglich sind. So, Gegner. Dann machen wir mal gleich. So, Gegner lassen manchmal Gegenstände als Beute fallen. Ein Gegenstand wurde fallen gelassen, den Sie aufsammeln können. Gehen Sie zu dem Gegenstand und drücken Sie auf der S-Taste, um ihn zu erbeuten. Das Tagebuch meiner kleinen Schwester war besser verschlüsselt. Sicher, Klingonen sind gut im Kampf kämpfen. Doch Computer sind nicht wirklich Ihre Stärke. Und voila, ein klingonisches Platt. Freigeschaltet und bereit gelesen zu werden. Gute Arbeit, Fähnerich. Lassen Sie uns mal sehen. Captain Core, Ihr Plan hat perfekt funktioniert, Sir. Viele Schiffe sind in unserem Falle getappt. Wir haben ein paar Handels- und Forschungsschiffe der Sternenflotte eingefangen. Wir erfassen sogar eine Föderationskreuz auf dem Langstrecken-Skensoren. Konstruktionsklasse. Konstitutionsklasse. Zeit, etwas Großes zu jagen. Ehre für das Reich. Äh, du schleicht dich da mal. Nachricht herunterladen. Die Klingonen scheinen hier sowohl Tücke als auch brutale Gewalt einzusetzen. Eine äußerst gefährliche Kombination. Das wird den Captain sicher interessieren. Einverstanden. Er hat mir tatsächlich ein bisschen Schild weggehauen. Ne, grün? Ne, grün? Ne, leben. Grün ist mein Leben. Das heißt, es war so was wie bald Schild durchdringend. Hatte mir den nicht weggemacht hier. So, nochmal. Aber man regeneriert sich ja auch. Da wird der Gana geschuft. Das heißt, es war so wie bald Schild durchdringend. Ich schau. So, ja, ich nehme das schon ernst. Ich versuche auch noch mal so ein bisschen meine Waffen, also alles die Koordination ein bisschen besser hinzukriegen. Da müssen wir jetzt runterspringen oder was? Na, haben wir überlebt. Das hat eine Suppe, sieht so ein bisschen tödlich aus hier der Nebel. Habe ich nur noch den einzigen Leutnant? Ja, nur Tarsis ist mitgekommen. Die sind jetzt schon alle da, der Forscher, der Doktor. Da ist der Mörs. Wir sind bereit aufzubrechen, wenn Sie es sind, Leutnant. Hoffentlich hat dieses Ding genug Treibstoff, um uns auf das Schiff zurückzubringen. Damit wären wir schon zwei. Sind Sie bereit, der Shuttle zu betreten, Leutnant? So, wenn man jetzt natürlich bei den Klingonen anfängt, ist das eine ganz andere Mission. Oder bei der normalen Sternflotte. Also es gibt überall, also bei jedem Fraktion, wo man anfängt, sind unterschiedliche Geschichten da. Ja, einige sind deckungsgleich, aber einige sind völlig individuell nur dieser Spezies dann. Also nicht Spezies eben dieser Fraktion vorbestimmt. So. Wir haben es geschafft. Ich hätte nie gedacht, dass mich eine Shuttle-Rampe so glücklich machen könnte. Ich hatte anfangs noch meine Zweifel, dass ich das da unten überleben würde. Jedes Mal, wenn ich diese Dinger brüllen hörte. Aber hier bin ich. Danke, dass Sie an mich geglaubt haben. Ohne Sie wäre das nicht möglich gewesen, Fähne. Ich danke. So, nur, dass ihr das mal seht. Ja, jetzt passiert hier irgendwas, aber ich will jetzt ja nicht sofort hinrennen. So, hier unten, da ist sogar die Eigenschaft, das ist ja auch eine Doppel-Wiederbelebung. Das heißt, wenn jetzt einer tot ist, umfällt, ein Freund oder auch ein Kollege, mit dem ich hier spiele. Das ist ja hier Multiplayer. Man kann ja tatsächlich mit mehreren Leuten zusammen auf einer Ebene spielen und kämpfen, Welten erobern oder auch im Weltraum fliegen. Aber hier auf dem Boden kann ich dann Leute wiederbeleben, wenn ich da drauf drücke. Das geht dann so. Oder eben die Taste 5 drücke. So, und hier habe ich ein kleines Hypo-Spray. Wenn ich das nehme, bekomme ich nochmal ganz schnell zusätzliche Gesundheit und Schildregeneration erhöht sich. Und die Schildwiderstand für vier Sekunden. Das gibt es auch als großes und mittleres Spray. Das sind so Verbrauchsartikel, die verschwinden da mit der Zeit wieder. Meistens brauche ich das gar nicht. Aber gerade auch, wenn man so Missionen spielt und versucht, möglichst nicht zu sterben, wird man da manchmal nicht drum herum kommen. Ich versuche ja möglichst glaubhaft zu spielen. Also nicht irgendwie, ich sehe da vorne einen Gegner und dann baller ich drauf und renne drauf zu. Wenn ich tot bin, egal, dann werde ich wieder gespawnt, dann mache ich weiter. Nein, ich versuche möglichst wenig Schaden immer abzubekommen. Oder zumindest nicht zu sterben. Wobei man kann ja hier nicht sterben, man wird ja dann immer wiederbelebt. Ist klar. Aber da hat jeder seine eigenen Spieltaktiken, muss man jetzt auch mal sagen. Ich habe eben diese. So, wir greifen hier mal drauf zu. Wir haben ein paar uneingeladene Gästeleutnant. Wir wurden geentert. Die Klingonen haben die Hülle im Technikdeck durchbrochen und blockieren unseren Zugriff. Ich kann keine Sicherheitskräfte schicken, also müssen sie das Deck sichern. Äh, aye aye, Sir. Empfehlungen? Starten Sie mit dem Techniklabor. Wir müssen die Plasma-Relays wieder funktionsdüchtig machen. Sichern Sie anschließend die Waffenkammer und den Maschinenraum. Wir kümmern uns darum, Sir. Tarsi, Mers, Waffen bereit machen. Stellen Sie sich darauf ein, die Enter-Kommandos zurückzuschlagen. Äh, ja. Ja, da muss ich an ein altes Idiom von der Erde denken. Vom Regen in die Taufe, Ihre Befehle läutern. Bleiben Sie mit Tarsi hier, um diesen Truppen zu helfen. Ich kümmere mich um die Labore. Ne, Mann, ich sehe jetzt auf der Mini-Karte, wo ich hin muss. Man sieht aber auch oben dieses Ausrufungszeichen. Was? Schon mal abgekriegt. Man muss da oben immer so ein bisschen darauf achten. Tools Schülmer regenerieren sich. So, Plasma-Leitung und reinstallieren. Auxiliary Power restored. Jetzt kümmern Sie die Armour. Plasma-Leitung ist hier nicht. Schau! 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 als hier stand oder was sollte ich jetzt machen gar nix ok ok da ist mehr und so weiter ich rede mal mit ihr wir haben den rest des text gesichert leutnant gut gemacht was so ist jetzt der maschinenraum sicher weil schild ist relativ und wie man sieht ich habe auch schon ein bisschen konstitution verloren den grünen balken deshalb sind vorsichtig man wächst ja auch langsam in die sache wieder rein und die waffen ich meine man kriegt auch später noch andere wenn man dann schießt da gibt es waffen oder fähigkeiten wo dann die anderen waffen von den anderen ab und an mal fehlfunktion haben und so aber das habe ich ja noch nicht so kippen isaac sagt sie mir gute arbeit joe unsere überwachungsmonitore zeigen dass sie das technikdeck gesichert haben die klingonen haben unsere sektoren ausgeschaltet wir fliegen blind hier oben versuchen sie sie wieder zu aktivieren schon dabei ist ja bereit halten einige aufträge in star trek online unterscheiden sich abhängig davon welche karriere sie gewählt haben technik wissenschaft oder taktik das heißt dann hätte man dann auch noch mal andere machen andere missionen wenn jetzt einer zb taktiker spielt dann hat er zum beispiel auch das glück vielleicht etwas anderes zu spielen als ich jetzt gerade dass das alles mal anders aussieht also das heißt wenn man jetzt hier diesen stream sich mal so anschaut und so heißt es nicht dass man es genau so erlebt so ähnlich vielleicht so nehmen sie die turbolifte zur brücke oben auf der minimap sehen wir wo das ist ja auf zur brücke eine übertragung roh sieht das hier auch schön aus die haus hier auf der alten enterprise doch nur dass der kippten kirk kippten gerrit sicherheitsschirm aktivieren raumschrift der federation hier spricht captain core ergeben sie sich wenn es unbedingt sein muss aber ich würde es vorziehen wenn sie mit ehre kämpfen die klingonen vertreiben wurde abgeschlossen mit captain gerrit sprechen warum nicht mit dem fehlen richtig gut gute arbeit leutnant die klingonen werden es sich zweimal überlegen bevor sie erneut versuchen dieses schiff zu entern übernehmen sie nun das steuer wir müssen in ein sicheres gebiet gelangen so da kriegen wir jetzt hier allerhand erfahrungspunkte torsten ich hatte einen ganz anderen start bin man bei der sternflotte gelandet ja vor allen dingen du ja du spielst ja auch nicht diesen dos den zeitagenten ich spiele ja die ganz neue version aber das macht nichts ab kippten ab rang 10 oder so glaube ich da können wir so und so fraktionsübergreifend die missionen auch teilweise zusammen fliegen und machen so sie erhalten folgende belohnung erfahrungspunkte expertise darsi darsi kriege ich die nette leutnants dame die mir die ganze zeit hier geholfen hat das ist ja gut impulsantrieb bekomme ich für ein zukünftiges schiff ein schild array dafür und phaser dinger ok nehmen wir an der sinker moin alle zusammen moin moin hi sinker congratulations lieutenant so sie können die uniformen des offiziers einmalig ohne weitere kosten ändern sie können diese änderungen vornehmen nachdem wir das tutorial abgeschlossen haben öffnen sie die statusseite dieses offiziers um weitere informationen zu erhalten sie ist eine andorianerin das sind ja die die da oben so zwei fühler auf dem kopf haben habe ich bei ähm ähm the guardian of galaxy erfahren ja genau taktische brückenoffiziere ähm ok drücken wir mal auf ok jetzt habe ich schon wieder alles vergessen hm na jetzt scannt er mal wieder weil ich immer diese blöde taste drücke die mache ich mir irgendwann woanders hin ich habe sogar post bekommen hi pilgrim moin moin so ich werde hier im chat aber nicht so viel darauf eingehen weil im fokus hier der newcomer steht der als newcomer im spiel den newcomer spielt einen der nicht so viel weiß der sich hier an die anleitungen hält und ich lese das auch extra vor so was haben wir jetzt gehabt ich konnte wenn ich hier drauf drücke da kann ich jetzt auf tarsi gehen oder kann ich tarsi ebenfalls waffen tauschen schilder tauschen und dies und jenes machen fähigkeiten kann man hier einstellen aber da kommen wir garant jetzt später noch zu da wollen wir jetzt nicht vorgreifen weil das verwirrt alles noch hier sind die eigenschaften die sie hat ja und hier sind die stationen später auch auf dem schiff ja wo die dann eingesetzt werden hier sind die ruf geschichten aber da kommen wir alles später zu wir lassen uns hier anleiten so was sollen wir denn jetzt tun was haben die denn jetzt gesagt da ich sehe etwas leuchten ich darf jetzt das steuer übernehmen der wissenschaftliche zeiten die sensoren erfassen lingonische energiesendungssignaturen in zwei nahen satelliten ich vermute dass sie die notsignale aussenden die unsere schiffe hierher gelockt haben liegen sie uns dorthin so dass wir sie genauer scannen können jawoll Sir so drücken sie E um die geschwindigkeit zu erhöhen drücken sie Q um sie zu verringern nicht mehr das merken ja das hatte ich schon wieder vergesst darüber hatte ich das immer mit dem Pfeil gemacht weee DQ ey das ist aber auch bisschen riggy aber ok ok man kann aber auch so machen so Besprechung zur ersten Barke fliegen da oben sehen wir wo wir hin müssen wenn wir einen größeren Überblick haben wollen machen wir das drücken wir die Taste M und gehen wieder weiter so Energie so jetzt aber auch wenn der steht Barke scannen wir wissen wir wissen gar nicht was unser Schiff hat wie das aussieht das haben wir uns noch gar nicht erzählt wir hatten ja gerade hier Inventar bekommen wir gucken uns das mal an es leuchtet ja grün da hat er uns das hier geschenkt als Belohnung ein Impulsantrieb aktuell aktuell ist der den wir eingebaut haben ja und das ist der den wir bekommen haben dann steht da rechts in grün schau mal erstmal die Farbe die sieht super aus MK2 und der hat mehr Fluggeschwindigkeit also praktisch 0,8 mehr der hat eine höhere Wendigkeit im Flug und bei voller Energie ist auch ein Tacken schneller was machen wir wir verkaufen den nicht sondern wir schieben den hier rein ja wir wechseln das so aus ok den könnte man jetzt verschrotten weil da kriegen wir kein Geld für das heißt den werfen wir einfach weg so hier hätten wir jetzt Laserstrahlen eine Zwillingsstrahlenbank so die macht tatsächlich mehr Phaserschaden kann man lesen und hat noch zusätzlichen Genauigkeitswert das heißt die ist aber schon besser als das was wir hier eingebaut haben und somit werden wir uns vorne das auch ausrüsten ok und nein die werfen wir nicht weg weil vielleicht kriegen wir bald noch besseres Schiff und da können wir noch eine weitere Waffe gebrauchen ich weiß das ja nicht so und bei dem Schild ist genau das gleiche also in der Regel alles was dann grün ist gegenüber nichts ist meistens besser so und das tauschen wir auch aus so Pilgrim so Pilgrim jo Pilgrim ja das lese ich jetzt aber nicht vor weil im Fokus steht hier dieses Spiel und werde dann muss ich schon genug lesen so positionieren sie sich nahe der Barke und drücken sie die F-Taste machen wir jetzt müsste man normalerweise die Konfiguration speichern ich weiß ja nicht ob wir das Schiff behalten ich zeige euch das direkt ich glaube wir können auch gar nicht speichern doch ähm nur dass wir das schon mal einmal gemacht haben das sind unsere Berge Bergfried 1 so haben wir das schon mal gespeichert wir scannen wir erhalten gerade den Bericht der Wissenschaftsabteilung die Satelliten verwenden ein triangulärendes Signal es ist stark genug um die Interferenz zu durchdringen und Schiff außerhalb des Nebels zu erreichen clever fast schon schade dass wir sie in die Luft jagen müssen Ei Sir es ist eine echte Tragödie wetzen sie den Torpedo ein um Gegner anzugreifen die nicht länger durch die Schilde geschützt werden ok hier 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 Sie dürfen mindestens zehn Kilometer von einem feindlichen Schiff entfernt sein, damit Sie es angreifen können. Okay, da hinten scheint eine Belohnung zu sein. Wir fliegen da mal hin. Er sagt ja auch hier oben, flieg da mal hin. Irgendeinen Rest vom Schiff. Oder was anderes. Nee, es ist ein anderes Schiff. 10 Meter, 10 Kilometer. Man könnte automatisches Feuer machen. Das ist höhere Ausweichmanöver, haben wir. Wo hier oben steht, sie müssen sich außerhalb aus, ist vorbei. Ich glaube, so ist das. Können Sie uns hören, Bergfried? Wir werden von klingonischen Raidern angegriffen. Unsere Schilde versagen. Wir halten nicht mehr lange durch. Warten Sie, Captain, wir sind auf dem Weg. Aktivieren Sie voll den Pult, indem Sie auf den Pfeil klicken. Angeschwächte Schildseite. Das ist nichts angeschwächt. Aber hier dann... Danke für die Hilfe. Unser Antrieb ist funktionssüchtig. Können Sie etwas Energie transferieren, um ihn neu zu starten? Jawohl, Captain, bereithalten. Energie auf dem Frachter übertragen. Danke für alles, Bergfried. Viel Glück mit dem Klingon. Gute Reise, Captain. Leutnant, ich habe einige Modifikationen an unserem Torpedowerfer vorgenommen. Das Ergebnis wird Ihnen gefallen. Stetigen. Denken Sie daran, dass Sie den vollen Impuls mit diesem Pfeil aktivieren können. Wir aktivieren Sie den vollen Impuls, indem Sie erneut draufklicken. So, machen wir? So, machen wir? So, klicken Sie das Symbol oder drücken Sie 1, um Torpedo verstärkte Wirkung zu aktivieren. Das hatte ich ja vorhin schon gemacht. Man kann auch automatisches Feuern irgendwie noch machen. Irgendwie scheint es aber gerade nicht so richtig zu funktionieren. Aber da kommen wir gerade jetzt später noch drauf. So, Bomben von Schafen und Wölfen. So, gehen wir weiter. So, ich mache jetzt hier mal Folgendes. Wir machen das mal jetzt. NSC. So, machen wir den anderen Chat weg. Ich glaube, es werden hier mehr nur unsere Sachen gezeigt, die wir hier gerade hier so machen. Sie sind auch weit weg. 20 Kilometer. Nur nicht auf beide. Fehler gemacht. In Station kannst du noch aktivieren. Ja, aber da warten wir mal. Ich sage mal, die werden das hier an dem Spiel alles noch erklären hier. Dann kommt ja hier auch sehr wahrscheinlich noch ein neues Fenster dazu. Weil ich spiele ja wirklich mit Absicht den Newcomer, der nicht so richtig die Ahnung hat. So, als wenn man sich gerade mal so Star Trek Online gekauft hat. Wo man fängt an. Oder komme ich schon eh und je mit genug Wissen an. Und ich versuche mich deshalb an die Reihenfolge von denen zu halten. Ohura. Jawohl. Hier spricht die USS Enterprise. Benötigen Sie sofortige Verstärkung? Bestätigt Enterprise. Fliegen Sie nun zu Ihrer Position. Also, das Junge kommt hervor. Na, dann auch interessant mal so rum. Ja, mache ich extra. So, hier kann man jetzt draufklicken, haben Sie gesagt, um die Schilde auszugleichen. Da bist du jetzt nur am Klicken, ja? Aber ihr klickt mich nicht. Ich bin für eure Schiffe viel zu langsam. Es ist noch nicht vorbei, Kirk. Ich werde Rache üben an Ihnen. Da ist ja die Enterprise, Leute. Ich habe den Kirk aus. Spocky. Danke für Ihre Unterstützung, Bergfried. Die Sensorischenoren zeigen keine weiteren feindlichen Schiffe in diesem Sektor. Unsere heutigen Taten sollten die Klingonen vor zukünftigen Raubzügen abschrecken, auch wenn sie in dieser Hinsicht selten logisch denken. Danke für das Update, Commander. Gute Reise, Bergfried. Ende. Sieht so aus, als wären wir hier fertig, Leute. Das Sternflottenkommando will uns und die Enterprise zurück für einen Bericht. Steuermann, Kurs zum Raumdok der Erde. Warp Faktor 3. Auf Warp gehen. Wobei, Fint, die Anfangsschiffe stecken Haufen Schaden ein. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt schon. Ich würde sagen, man hat so eine Art Welpenschutz. Aber auch klasse, ich spiele ja jetzt zum ersten Mal auch den Zeitagenten und ich finde auch schön, jetzt mal eine etwas andere Textur, also Grafik zu sehen. Das sieht auch mal klasse aus. Das sieht so schön altmodisch aus mit den alten Knöpfen, so aus den 70er. So. Das sieht so aus. Ich meine, wie oft bekommt man schon die Gelegenheit, die Besatzung der Enterprise zu treffen? Die Besten der Besten. Das sind alle. Tarsi, das sind sie. So, nochmal für die Leute, die sich hier zugeschaltet haben, ich spiele diesen Charakter nur immer samstags. Da geht die Geschichte Stück für Stück weiter, sodass jeder auch die Chance hat, auch im harten Berufsleben, so innerhalb der Woche, eventuell, wenn er parallel spielen möchte, die Gelegenheit dazu hat, auf ähnlicher gleichen Höhe zu bleiben. So, das ist so Ziel der Sache und ich lade das auch fest hoch für Neuankömmlinge, die sich mal für das Spiel interessieren. Und einfach mal so, wenn sie von Feierabend, wenn sie Feierabend haben und nach Hause kommen, gerade keine Zeit haben, selber richtig zu spielen, aber schon mal so ein bisschen von dem Erlebnis mitbekommen wollen, so einen Hauch, dass sie sich das dann einfach mal so angucken können. Ja, aber bis nächste Woche werde ich es nicht schaffen, Kapscholi. Patscholi, Entschuldigung. So, wir sehen jetzt auf der Minimap wieder, wo wir langen müssen. Oh, sieht schön aus hier. Raumdok der Erde. Gucken wir uns das doch mal an, ne? So, für alle Leute, die Grafik mögen und auch dieses Aussehen von den ganzen alten Enterprise-Seiten, hier sind sie zu sehen. So, Besprechung, Besprechung, die Bar betreten, mit Offizieren reden, mit Leutnant dem reden, mit Scott, mit Chekhov, Mörs, Uhura, McCoy, Zulu. So Leute, ob ich das jetzt alles vorlese, weiß ich nicht, wir gucken mal. Erstmal rede ich mit Mörs. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Ich wollte nicht nach Taurus 2 zurück, aber wir haben unsere Aufgaben erfüllt, dank Ihnen. Erste Offiziere der Sternflotte müssen mein Glücksbringer sein. Hippenglore hat mich auf eine neue Logistikstelle hier auf dem Raumdok Erde gebeten. Sie mag nicht so glorreich wie die unendlichen Weiten sein, aber ich habe angenommen, bis zum nächsten Mal, viel Glück da draußen. Das gleiche gilt für Sie, Fenerich. Seien Sie auf der Hut. Finde ich cool von dir. Gibt immer welche, die Hilfe brauchen. Ja, ich auch. Und zwar bei den anderen Charakteren, die ich dann in der Woche immer spiele. Ja, und danke an euch hier, gerade auch Cinco und Patroli von Rogue Man, Republic Force, haben mir hier schon gute Tipps wiedergegeben für einen, der lange Zeit meine Pause hatte. Danke auch nochmal. Ja, so, mit denen, wem reden wir jetzt? Mit Scotty. Das haben, da haben sie ganze Arbeit geleistet. Es ging nur wenigen, es gelingt nur wenigen unbeschadet, ein Gefecht mit den Klingonen zu überstehen. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Wenn ich das mal so sagen werde, kennen wir uns irgendwoher? Das denke ich nicht, Sir. Ah, dann muss es Einbildung sein. Man trifft eine Menge Leute in der Sternflotte. Übrigens habe ich gehört, dass Sie auf Taurus 2 einigen Wildtieren begegnet sind. Unfreundliche Teufel, nicht wahr? Ich werde diese gigantischen Schwere so schnell nicht vergessen. Schauen Sie mal vorbei, dann trinken wir zusammen und erzählen uns ein paar Höhlengeschichten. Danke, Leutnant, Commander. Ich könnte einen Drink vertragen. So, jetzt sehen wir mal mit Chekhov. Wo ist denn Chekhov? Denken wir jetzt durcheinander? Also, dann mit McCoy. Ich möchte Ihnen einen Rat geben. Schenken Sie den Empfehlungen Ihres leitenden Arztes Beachtung. Insbesondere dann, wenn Sie mit den Worten ärztliche Anweisungen enden. In meiner Erfahrung bekommen Kommandooffiziere in solchen Situationen oftmals einen Anflug von Schwerhörigkeit. Ich werde es mir merken, Doktor. Wissen Sie, es fühlt sich ganz so an, als wäre das nicht das erste Mal, dass ich Ihnen einen Ratschlag erteilt hätte. Haben Sie das gleiche Gefühl? Nicht, dass ich wüsste. Tut mir leid. Hm, wie einer meiner vulkanischen Kollegen zu sagen pflegte, faszinierend. Ich lasse Sie dann mal weiter Ihre Arbeit machen, Leutnant. Danke für Ihre Hilfe und Taurus. Nicht der Erwähnung wert, Doktor. So, da sind zu viele. Noch mit Chekhov reden. Es ist immer schön, jemanden von der Akademie zu sehen. Jahrgang 2268 richtig. Ich erinnere mich an einen Vorfall mit Ihnen. Eine riegelianische Flammenrose und der unglücklichen Aktivierung der Feuerunterdrückungssysteme, während einer von Professor Tefans Lesung sehr kalt. Fast wie ein sibirischer Winter. Das ist allerdings bei Cadet Winstead einen ziemlich positiven Eindruck hinterlassen. Eben jetzt so Gerede. Ist aber auch interessant, um mal die ganzen Geschichten zu verstehen, ein bisschen die Charaktere kennenzulernen. Wenn man natürlich jetzt zum fünften, zehnten oder dreißigsten Mal einen Charakter aufbaut, dann will man sich natürlich das alles nicht anhören. Dann klickt man durch. Ist klar. Aber wenn man völlig neu ist, dann liest man sich das auch mal durch. Und das ist auch die Gelegenheit, jetzt bei dem Stream, ich habe mir vorgenommen, das vorzulesen, für Leute, denen das so anstrengend ist, dann auch noch das zu lesen und so, dann können Sie das hier so ein bisschen mal so mitbekommen. Weil leider sind ja die Texte hier größtenteils auf Englisch gesprochen, nicht auf Deutsch. Und ich glaube nicht, dass von jedem die Englischkenntnisse so gut sind, dass die das sofort verstehen. Also meine sind da grottig. So. Dann wollen wir jetzt mal reden mit Uhura. Genau. Ja, außer den Klingonen würde eine Falle im Murasaki-Nebel legen. Sie werden es sich in Zukunft vor einmal überlegen, bevor sie so etwas wieder versuchen. Vereinzelte jedoch vorsichtig. Die Klingonen vergessen derartige Dinge nicht. Ihr Freund Captain Kor könnte schon bald versuchen, diese offene Rechnung zu begleichen. Guter Rat, Leutnant. Ich werde auf eine Revanche vorbereitet sein. Boah. Leutnant Sulu. Ich habe gehört, dass Sie während des Kampfes mit den Klingonen am Steuer waren. Das waren beeindruckende Manöver. Machen Sie weiter so. Und Sie könnten bald Steuermann einer Konstitutionsklasse werden. Ja, die sprechen das so aus. So wie Missusage und so. Ich muss meine Zähne da nicht auseinander. Entschuldigung. Werden. Wir sind auf jeden Fall bereit dafür. Danke, Leutnant. Ich hoffe, Sie erhalten Ihre Chance. Und bleiben Sie bei guter Konstitution. Ja. So. Was machen wir jetzt? Grüner Pfeil. Ab zu Captain Garretts Büro. Sollen wir betreten. Ob wir jetzt eine Beförderung kriegen? Endlich eine Beförderung. Ich will doch Feuerwehrmann werden. Hier will keiner mit mir sprechen. Aha. Unser berühmtes rotes Gitter. Absperrgitter. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich habe einige gute Neuigkeiten. Die Flotte hat mich zum Admiral befördert. Ich werde mit dem Deep Space Kommandostab bei mehreren Erkundungsinitiativen zusammenarbeiten. Unser Schiff wird einen neuen Käpt'n benötigt. Ich habe mit dem Kommando darüber gesprochen und Sie haben meine Empfehlung zugestimmt. Ich beglückwünsche Sie, mein Freund. Ich weiß, dass das Schiff bestens aufgehoben sein wird. Denken Sie aber ja nicht, dass Sie mich losgeworden sind. Ich werde schon dafür sorgen, dass Ihnen dort draußen, ne, Glückwunsch läupert. Jeder neuen Generation antworten Offiziere. Versteckte Fahrer lauern im Raum. Das Risiko eines Angriffs durch die Klingonen schreckt selbst die furchtlosesten davon ab, zwischen den Sternen zu reißen. Ein allererster Versuch, eine gemeinsame Basis zu finden, könnte diesen Konflikt ein Ende setzen. Doch es gibt so viele, die sich dem Frieden entgegenstellen. Punkt. Wenn die Föderation nicht im Chaos untergehen soll, dann werden neue Offiziere den Frieden sichern müssen. Punkt. Leben so lange in Frieden, Leutnant. Oh, ne, hier, da. Hehe. Ja, manchmal ist das... Oh. 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 Da habe ich aber Lametta gekriegt. Eine ganze Latte, maler links. Expertisen, Expertisen. So. Ich gucke jetzt einfach mal. Im Inventar. Da ist nichts dazu gekommen. Ähm. So, Fähigkeiten. Da kommen wir ja später noch dazu. Das werden die uns dann erzählen. Ich habe jetzt hier Punkte gekriegt. Vielleicht. Oder noch keine. Wo war das denn jetzt gerade noch mal mit den Eigenschaften. Genau. Hier ist auch noch nichts freigeschaltet. Hier werden die persönlichen Raum-Eigenschaften. Da könnte man vermutlich schon welche rein tun. Kann auch sein, dass ich das vorhin nicht richtig gesehen habe. So. Hier sind sie. Die hätte ich vorhin schon setzen können, glaube ich. Da sind schon sehr viele. Kritische Treffer-Chancen. Sind immer gut. Oh, ein bisschen mehr Schaden machen. Genauigkeitswerte sind auch gut. Und wo auch noch mal rein. Hauptsache wir haben da jetzt erst mal was drin. Besser werden werden wir dann, wenn wir mehr gelernt haben. Teilchen-Generation. Flusskondensator ist auch immer wichtig. Verbessert die Werte von Exotis-Teilchen. Aber die haben wir jetzt noch nicht. Exotische Waffenartikel. Da kommen wir später mal zu. Kanone, ja, haben wir auch. Energieerhaltung ist auch eine wichtige Sache. Höheren Schaden. Wir können aber auch vorsichtiger versuchen zu fliegen erst mal. Also es gibt hier ganz viele Möglichkeiten. Hier Warp-Theoretiker. Von früher war Warp-Gern-Potential. Das ist nicht schlecht, weil dann wird auch die Energie zu den Schilden und so weiter hat man dann glaube ich einen Taken mehr verbessert. Außerdem wird die Elektromagnetische Systeme durch Energieübertragung und Regenerationsraten genau in ihrem Schiff verbessert werden. Genau, den machen wir auch noch mal. Ja, da haben wir noch nichts. Da ruft uns nichts. Das gleiche hier bei Tasi. Da haben wir hier und hier ein paar schöne Sachen. So, konzentrieren wir uns jetzt wieder auf das Spiel direkt. Was es uns sagt. Leutnant, ich habe neue Befehle für Sie. Auch nicht schlecht, dann steht das hier immer noch mal eine kurze Zeit. Raumdok erkunden. Ich habe die wichtigsten Personen aufgelistet, die Sie aufsuchen sollten, wenn Sie das Raumdok der Erde besuchen. Sprechen Sie mit dem Schneider, um Ihr Äußeres anzupassen. Sprechen Sie anschließend mit dem Schiffshändler, um ein Shuttle zu erhalten. Lernen Sie die Dienste auf dem Raumdok der Erde kennen. Sie erhalten folgende Punkte. Dann steht hier immer, was man an Belohnung bekommt. Das lehne ich doch nicht ab. Wir akzeptieren erstmal alles. Wir sind Anfänger. Wir haben nichts. So, Raumdok erkunden. Seien Sie vorsichtig dort draußen. Jetzt machen wir hier schön das Raumschiff. Das ist ja kein Raumschiff. Basisgeschichte. Ihre Minikarte zeigt Ihnen, wo sich Missionsziele befinden. Ein Pfeil erscheint auf der Minikarte. Genau, das hatten wir ja schon mal. Jetzt müsste ich das auch wieder wegklicken. Jetzt haben wir den Scanner genommen. Das scheint irgendwie hinter der Wand zu sein. Vielleicht ist das ja auch eine Etage höher. Hier kann man beamen. Ah, hier sollen wir hin. Okay. Der Schneider. Ach so, das ist nicht der Schneider. Die heißt Schneider. Willkommen im Raumdok der Erde, Leutnant Newcomer. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung und dem Kommando über ein Raumschiff. Ich kann Ihnen beim Anpassen Ihrer Uniform helfen innerhalb der Richtlinie. Versteht sich? Dies ist eine gute Gelegenheit, Ihre Uniform mit Ihrem neuen Rangabzeichen zu verwenden. Zu versehen. Danke. Zeigen Sie mir, was verfügbar ist. Ich bin in dieser Uniform müde. Gut für Sie, dass es Freizeitbekleidung gibt, Leutnant. Freizeitbekleidung bietet Abwechslung und neue Looks für die Zeit. Wenn Sie sich nicht im Dienst befinden, Sie würden doch nicht nach Riesa gehen und nicht modisch gekleidet sein, oder? Das ist der Urlaubsplanet. Na ja, erzählen Sie mir etwas über Freizeitbekleidung. Ah, brauchen wir jetzt nicht, ne? So, hier können wir jetzt unsere Uniform ändern und den Rang auch entsprechend hier oben da draufsetzen. So, auch für die Brückenoffiziere wurde ja gesagt. Ja, da fangen wir mal mit dem Brückenoffizier an. Verändern. Umbenennen kann man auch, wenn man möchte. Aber wir lassen jetzt mal Tarsi, Tarsi sein. So, hier können wir so mit den Tasten Plus und Minus drehen. Will ich jetzt nichts. Wir können das Aussehen verändern. Wir können hier auf Charakter verwenden. Das sind hier unsere Uniformen, die wir haben, die wir zur Verfügung haben. Kopfgröße, Uniformen. Gehen wir mal hier auf Uniformen. Kanzler der Hand. Den Rang kann man ändern. Keinen Läuntler, Junior Grade. Machen wir mal. Kostet uns ja alles kein Geld. Jetzt dürfen wir alles machen ohne Geld. Uniformen, Jacke. Da zählt schon fesche Sachen, was muss man ja sagen. Aber wir lassen das mal alles so ganz einfach, wie es ist. Dann kann man das Ganze speichern. Uniformen gespeichert. Ganz kurz, die 47.000 Cent, die habe ich. Ja, die setze ich aber jetzt hier nicht ein. Man sieht ja hier, was was kostet. Man sollte also immer darauf achten, was was kostet. Weil sonst auf Kaufen ist dann plötzlich sein hart und schwer verdientes Geld los. Noch nicht im Besitz befindlicher Kleidungsstücke anzeigen. Das heißt, jetzt ist eigentlich erst richtig. Weil jetzt zeigt er uns, was wir wirklich hätten ohne Geld auszugeben. So, gekauft. So, die sieht jetzt so aus. Das Gleiche kann man jetzt hier bei unserem Käpt'n machen. Wir könnten den nochmal umbenennen. Aber nein, das ist sein Name. Der ist so geboren. Die Frisur ist cool. So, Größe, Vorschau. Das ist egal. Verändern. Falsch. Zurück. Irgendwas falsch gemacht. Abbrechen. So, jetzt nochmal. Manchmal ist das Spiel ein bisschen träge. So, jetzt bin ich da. Jetzt kann man hier tatsächlich alles nochmal ändern. Ganze aussehen. Aber wir lassen das, wie es eigentlich ist. Das Gesicht nochmal ein bisschen ändern. Und das und dies. Aber ich bin zufrieden. Uniform. Gehen wir mal auf Uniform. So, hier hätte ich jetzt verschiedene Typen der Uniformen. Aber wir lassen das so, wie es vom Spiel her ist. Wir ändern nur den Rang, der uns zusteht. Ist der jetzt höher oder tiefer? War ich jetzt Leutnant? Ja, ne? Ändert sich auch nicht viel, ne? Und dann war's da. So, also man kann hier alles ändern und machen und wie man möchte. Ich speichere das. Wobei, man muss das ja auch kaufen. So, gekauft. Ich brauche keine weiteren Uniformplätze kaufen. Mach ich nicht. So, Uniform gespeichert und beenden. Also hier kann man alles ändern. Nur, dass das schon mal jeder weiß. Da kann jeder sich freuen und Spaß haben. Sollte ich den da überhaupt hin? Ich glaube nicht. Da gehen wir noch nicht hin. Wir sollen jetzt mit dem Shift-Censor sprechen. Da ist er. Schiffe erhalten. Wir bekommen jetzt ein Schiff. Willkommen, Admiral Garrett hat bereits erwähnt, dass Sie Ihren neuen Shuttle benötigen. Schauen Sie sich auch ruhig die anderen Schiffe an, die wir im Angebot haben. Um Ihr Shuttle zu erhalten, klicken Sie auf neue Raumschiffe erhalten. Auswahl suchen und wählen Sie anschließend das Klasse F Shuttle und kaufen Sie es. Und jetzt kommt das Problem. Ich habe meine bessere Waffe auf das Raumschiff getan. Und ja, das ist jetzt weg. Genau. So, jetzt welche unterschiedlichen Schiffstypen gibt es. Da erzählt er uns das alles. Und dann auch, wie das mit den Shuttles ist. Manche Missionen kann man nur mit dem Shuttle durchführen. Ja, das brauchen wir jetzt wirklich jetzt alles nicht durchlesen. Neues Raumschiffverhalten. An welchen werden Sie denn interessiert? Auswahl durchsuchen. So, jetzt gucken wir erstmal. Man kann mit die Lithium kaufen. Aber wir sind jetzt noch ganz am Anfang. Theoretisch hat man ja, glaube ich, noch gar kein Lithium. Und wir nehmen uns die Schiffe, die kostenlos sind. Ja. Kategorie. Shuttle. Da steht unten, dass wir das kostenlos haben. Da ist, wir haben da eins steht da. Eins dürfen wir haben. Da steht dann, stehen die Werte. Zwei Bugwaffen. Also vorne. Keine, keinerlei Heckwaffe. Wir haben einen Gutschein bekommen. Von unserem Vorgesetzten. Und dann können wir das jetzt damit kaufen. Jetzt soll ich wieder mit Admiral Gareth sprechen. Hier ist natürlich noch ein Schiffsverwalter. Geben wir jetzt auch mal hin. Da haben wir jetzt hier die anderen Waffen drin. Und das wäre jetzt hier dieses hier. Die Ankara. Und jetzt sogar 360 Grad Schussfeld. Nicht schlecht. Ja gut, dann ist Heckdreck mitgeschützt. Ja, da wäre dann nur da und eben vorne noch ein Photonentorpedo, weil der auch richtig mal Power gibt. Weil die Waffe, die macht ja nicht so viel Schaden. Die macht nur ein Zehntel Schaden von dem, was so ein Torpedo schafft. Gut, dann haben wir alles richtig gemacht. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Mit Admiral Gareth sprechen. Das Kommando über ein Raumschiff zu nehmen ist eine große Verantwortung. Doch Sie sind dieser Herausforderung zweifellos gewachsen. Wenn Sie glauben, dass das Schiff für die nächste Mission bereit ist, dann habe ich bereits neue Befehle für Sie. Wir erhalten folgende Belohnung. Okay. Seien Sie vorsichtig draußen, Leutnant, im Schatten von Kestos. Sie haben gerade Ihren ersten Fertigkeitspunkt erhalten. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. Das machen wir gleich. Wir gehen jetzt erstmal hier drauf. Wenigkeiten kaum. So. Raum. Erhöhen Ihre Effektivität in Raum- und Bodenkämpfen. Weil die wollen jetzt aber, glaube ich, erst, dass ich das mit dem Raum mache, ne? Für jede Fähigkeit, die Sie kaufen, gewinnen Sie bei Freischaltungs-Pfaden einen Fortschritt. Raumfähigkeiten haben drei Pfade. Diese gehören zu den Kategorien Technik, Wissenschaft und Taktik. Die Bodenfähigkeiten haben nur einen Freischaltungs-Pfad. Mit neuen Freischaltungen besteht manchmal die Möglichkeit, bestimmte Meilensteine zu erreichen. Sie sind auch ein wichtiges Hilfsmittel, Ihren Brückenoffizieren neuen Fähigkeiten beizubringen. Hangartrefferpunkte, Batterieexpertive. Wichtige Fähigkeiten können durch das Ausgeben von 24 oder mehr Raumpunkten in einer einzigen Fähigkeitskategorie freigeschaltet werden. Sie werden nicht genug Raum- oder Bodenpunkte haben, um alles freizuschalten. Sie können Ihre Fähigkeiten neu verteilen, indem Sie auf Fähigkeiten neu verteilen klicken. Gold-Abonnenten erhalten mit jedem Rang einen kostenlosen Trainingsgutschein. Zusätzliche Trainingsgutscheine können Sie im Zen-Store-Kauf gekauft werden. Also sollte man nicht zu viel immer alles falsch machen. Man wird sich so und so am Ende noch mal richtig neu umskillen müssen. Hier kann man den Brückenoffizieren etwas beibringen. Das ist schon eine wichtige Fähigkeit. Ja, wo kann ich den jetzt hier ausgeben? Hier drauf drücken und freischalten. Müll-Wiederherstellung. Ach, hier, das sind die beiden. Das ist das, was ich jetzt hier oben könnte erstmal. Da könnte ich jetzt ausgeben. Ja, ich bin Wissenschaftler auf jeden Fall. Schild-Kapazitäten. 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 Insgesamt 50. Wo bekomme ich neue Brückenoffiziere? da, wo du da, wo ich gerade war. Da, wo die Schiffsauswahl oder so meistens ist. Bei so einem Händler. Schild Wiederherstellung. Er ist ein Anfänger. Er ist ein Anfänger und er sollte jetzt erstmal das machen, was er beigebracht bekommen hat und wo man die normal im Spiel kaufen kann. Er kann natürlich machen, was er möchte. Aber ich jetzt hier werde erstmal alles das Vanilla-mäßig ganz normal machen, so wie man durch die Geschichte geleitet wird und nicht, was man als hochqualifizierter Spieler weiß, ah, das ist genau das Richtige. Ich mache das nicht so, wie das Spiel das vorschlägt, sondern ich gehe in die Tauschbörse, kaufe mir da am besten was oder so. Ich mache jetzt einfach hier Schild Wiederherstellung und Basta kaufen. Man muss sie ja eigentlich sofort eigentlich kaufen. Aber einmal Schild Wiederherstellung, warum nicht? Dass man das hier oben einmal alles auch freischaltet. Schon mal von Edrin 4 gehört, Jim Kirk hat sich hier mit einem Gorn angelegt und ist gerade so davon gekommen. Die Gorn und die Föderation haben nun Teams dort. Ich möchte, dass sie unsere Männer unterstützen, falls sich die Gorn für eine Cowboy-Diplomatie entschließen. Du bekommst ja auch immer Brückenoffiziere durch Missionen, die du hier machst. Genau, du bekommst neue Brückenoffiziere durch die Missionen. Verstehst du? Das kommt alles von selbst. Du hast ja noch gar nicht alle richtigen Freischaltungen. Aber ich gucke jetzt gleich. Ich muss hier nämlich nur einmal hier durch. Seien Sie vorsichtig da draußen, Leutnant. Im Schatten von Cestus oder Cestus. Also die Lateiner würden sagen Cestus. In Arbeit. Ich rechne schon bald mit einem Bericht zu der Situation auf Erden auf ideren Vier, Leutnant. So, klicken Sie hier oben, um auf die Systemkarte zu bieten. So, das machen wir jetzt nicht. Das können wir nämlich gleich machen. So, ich war doch jetzt hier, glaube ich, irgendwo. Äh, falsch, ne? Ja. Links, links. Ich meine, hier könnte das sein mit den Brückenoffizieren. Hier, Brückenoffiziere anfordern. Wie ist du hier in dem Raum bin ich? Im Raumdok der Erde, wo das auch mit den Schiffsauswahlen und sowas ist. Und mit dem Schneider, Thorsten, da ist das. Und wenn ich jetzt hier draufgehe, Brückenoffizier anfordern. Hallo, hier können Sie neue Brückenoffiziere wählen. Shop. Und da musst du dir erst mal die Lithium verdienen. Und ich habe jetzt bei der ersten Mission, wenn ich die jetzt mache, verdiene ich so und so viel die Lithium. Da könnte ich mir dann zwei Brückenoffiziere kaufen. Also hier kannst du dir die kaufen. Und dafür ist da auch das mit dem Lithium da. Das zeigen die einem ja deshalb extra hier im Spiel, damit man so langsam sich vorarbeitet. Ja, Brückenoffiziere anfordern. Auf der großen Map gesehen, im Norden, oben im Norden links. Wobei es kann natürlich sein, wenn du einen anderen spielst als ich, dass du eventuell gar nicht auf dem Raumdok der Erde bist. oder in einer anderen Zeit. Ja, Pilgrim, ist mir auch schon passiert. So. Okay, ich soll ja jetzt nach oben beamen, haben Sie gesagt. Das machen wir jetzt auch. Auf Schiff. Hier oben auf Schiff beamen. Okay. Energie. So, ich werde mir auch jetzt gleich Kaffee kochen. Kleine Stimmpause machen. Wobei ich muss echt sagen, Leute, ich finde das wieder so spannend. Ich würde das am liebsten jetzt die ganze Woche durchspielen, aber nein, da muss ich mich konzentrieren. Thorsten, hab halt ein neues Schiff und da fehlt mir ein gelber. Hab einen roten zu viel und einen gelben halt zu wenig. Am Anfang hab ich einige bekommen, aber da hieß es immer, ich hab keinen Platz und jetzt fehlt mir der Halt. Ja, aber wie gesagt, dort kannst du neue anfordern, hab ich dir ja gezeigt. Und du kannst ja auch einen Offizier entlassen, wenn der nicht so gut ist. Da musst du den anderen eben entlasten. So, klicken Sie hier, um sich zum Sektorenraum zu beamen. So, willkommen. Alle Besucher des Raumdocks der Erde werden aufgefordert, so nah an die Station zu fliegen, dass unsere Traktorstrahlen ihr Schiff erfassen können. Unsere automatischen Systeme werden Sie benachrichtigen, wenn Sie in Position sind. Sobald wir sie erfasst haben, drücken Sie die Schaltfläche an Station, andocken und wir erledigen den Rest. Danke. Das ist eigentlich unsere erste Meldung. oder sollte ich jetzt in den Sektorenraum gehen. So, ich soll das System hier verlassen, Sie das System. Also, man könnte auch jetzt hier oben drücken. Das meinten die. Okay. Sie sind jetzt im Sektorenraum. Der Sektorenraum zeigt die Weltkarte von Star Trek Online. Von hier aus können Sie zu verschiedenen Planeten und Systemen reisen. Der Sektorenraum ist eine kampffreie Zone. Ich gehe mal hier auf die Karte M. Da gucken wir uns das Ganze mal hier oben richtig schön an. Da sehen wir, wo wir hin sollen. Das ist unser Ziel. Der CELES-Sektor. Das bekannte, der vulkanische Sektor. Drücken Sie M, um die Karte Ihres aktuellen Quadranten aufzurufen. Ja, das heißt, das ist hier. Sie können einen Kurs zu Ihrem nächsten Missionsziel festlegen, indem Sie auf das Symbol der Mission klicken. Ihre aktuellen Aufgaben werden hier angezeigt. So, in dieses Ziel E drin, vier System. So, So, ihr nächstes Ziel ist dort. Gut, da ist Edrin 5. Kurs auf Edrin-System setzen. Okay. So, jetzt gehen wir hier auf die Karte, dann sehen wir dann, dass sie das macht. Wenn wir jetzt ein besseres Raumschiff hätten, könnten wir jetzt hier oben draufklicken und dann könnten wir viel schneller fliegen. Ist aber nicht drin. Guck mal, ich habe hier auch, mir fehlt auch ein Brückenoffizier, aber ich kann mir ja noch keinen kaufen. Du bist jetzt schon Level 16, ne? Ja, da kannst du schon mit anderen zusammenspielen. Definitiv. Ich glaube, ab Level 10 auf jeden Fall. Bei manchen Fraktionen sogar ab Level 5. Irgendwie, wenn das fraktionsübergreifend ist, glaube ich 10. Also je nachdem, welcher Rasse man auch angehört, dann da in dieser Faktion. Nicht Rasse, aber der Fraktion angehört. So, der fliegt jetzt automatisch. Wir gehen da mal ein bisschen näher ran, dass wir auch was sehen. Ein bisschen Spaß daran haben. Und auch nicht wundern, dass ich jetzt hier so ein... Sie haben mehrere Gegenstände erhalten, als Sie in Ihren Inventer passen. Klasse F-Shuttle haben wir, okay. Nicht kämpfender Begleiter. Ja gut, das sind so Sachen... Also ihr dürft euch jetzt nicht wundern. Ich habe hier oben auch so ein 700 Tage Veteran schon drin. Ich bin auch Gold-Abonnement von früher noch. Also so ein lebenslanger Account. Und ich habe auch deshalb jetzt hier so unglaublich viele Inventarplätze, weil ich mir die dann damit auch dann habe kaufen können. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt irgendwie große Nachteile habt. Außer, dass ihr öfter mal Sachen in den Replikator schicken müsst, zum Recyceln. Ja, also das sind jetzt keine Vorteile, wodurch ich jetzt schneller spielen kann oder irgendwas besser machen kann. Einfach nur ein bisschen Arbeitserleichterung. Das ist dann alles. So, wir sind gleich da. Normalerweise müsste der stoppen. Das machen wir jetzt selber hier. Weil ich will ja ohne Vorteile spielen. Ich will auch nicht, dass mir meine anderen Charaktere etwas überweisen an Geld oder die Lithium und so weiter irgendwie so rüber transferieren. Ich will auch am Anfang des Spieles von niemandem irgendwas geschenkt haben oder bekommen, sondern ich will mich als Newcomer, der auch keine Freunde hat oder so, mich hier irgendwie durchschlagen und diese Geschichte erlebe. Das ist das Ziel. Also ein richtiges Abenteuer. So, als wenn man anfängt, wie ich damals, vor irgendwie zehn Jahren. Ich kannte niemanden, gar nichts. Beginn im Schatten von Chestnut. Und für die Leute im Chat. Ich gehe nicht überall so dran auf die Sachen jetzt ein, weil ich ja jetzt mehr hier auf diese Geschichte bin. Aber ich finde das total klasse, wie ihr euch da unterhaltet und auch gegenseitig noch ein, zwei Tipps gebt und so. Super, macht weiter so, bitte. Das ist ja auch erwünscht. Dafür mache ich ja auch diesen Stream. Und auch dieser Chat ist da. Ja, der muss jetzt ziemlich lange laden, weil der das hier wohl zum ersten Mal reinlädt. So, im Schatten von Chestnut oder Kestus. Leutnant, wir erfassen mehrere Gornschiffe auf unseren Sensoren. Die USS Tseng-He ist auch dabei. Die Tseng-He, ja, hey, man ruft uns. Auf dem Bildschirm. Willkommen auf Idrin 4, Leutnant. Ich bin Rich McKinnon, befehlshabender Offizier der Tseng-He. Schön, dass Sie hier sind. Meine Wissenschaftsteams führen bereits erste Untersuchungen durch. Scheinbar ist dieser Ort ein geologisches Wunder. Aber wir sind nicht die Einzigen hier. Unsere Freunde von der Gorn-Hegemonie sind nicht besonders gesprächig, aber sie verhalten sich friedlich. Wie können wir helfen, Käpt'n? Nun, ich bin mir sicher, dass sich meine Leute da unten über etwas Hilfe freuen würden. Schließen Sie sich meinem Team an. Liegen Sie in den Orbit über Idrin. Ja. So, dann wende ich ein Team auf die Oberfläche. Bergfried Ende. So, jetzt nur noch mal kurz zur Info. Ich brauche dringend einen Kaffee. Ich mache eine kleine Pause. Ich sage mal, bis gleich. Das dauert so irgendwie zwei, drei Minuten. Dann bin ich wieder fit. Bis gleich. Dann geht's weiter. Ich sage mal, bis gleich. Vielen Dank. 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 Und das soll so bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf seine Hauptmerker mit Status, Bergfreak, Stationen und dann stellt man hier ein, wer hier zum Bodenteam gehört. So habe ich das jetzt schön zusammengestellt. Und sie hat tatsächlich die Fähigkeiten derzeit mit Photongranaten zu arbeiten. Was könnte sie denn noch? Sie könnte Zieloptik nehmen. Das werden wir uns vielleicht nachher noch erklären. Dann warten wir so lange. So, wir gehen jetzt weiter. Mein Rekorder zeigt hinter dieser Erhöhung einige interessante Mineralformationen an. Da haben wir sie gefunden. Geht aus wie Bergkristalle. Schön, dass auch mal ein Bericht fehlerfrei sein kann. Die Mineralienvorkommen hier sind erstaunlich rein. Diese Kohlevorkommen ist unnatürlich rein. Scheinbar nehmen die Metrons nur das Beste. Und wir wollen uns auch mal hier so ein bisschen umgucken. Oh, sieht schön aus, ne? Bambus. Wer auch immer die Mineralförderrechte hier bekommt, wird sich freuen. Sehr sogar. Kann hier auch. Und hüpfen auch. Meine Messungen zeigen die Lithium auf diesen Planeten. Ich muss Scans durchführen, um sicher zu sein. Alleine die Vielfalt der Mineralien in diesem Unterboden ist bemerkenswert. Ich erfasse weitere Mineralien. Weiter vorn. Sehen wir uns mal um. Entweder ist mein Rekorder defekt oder der Boden hier weist eine unglaublich hohe Schwefekonzentration auf. Ah, meine Nase hat mir das lange vor ihrem Rekorder gesagt. Fehlen richtig. Ups. Kulte-fix. Börser habe es mir fährt. Und was hier war gemacht. Odi Gorns. er sieht denn jeder steinzeit das können sie schon mal aufsammeln kippen hier spricht leute an jungen eines der grundschiffe ist einfach explodiert sie machen uns dafür verantwortlich und greifen uns an auf der oberfläche und dem orbit kippen mckinnon wollte es erklären aber sie reagieren nicht auf unsere rufe gehen sie auf roter alarmleutnant das haben wir schon getan captain wir verteidigen uns und unsere schilder sind aktiviert das bedeutet dass wir sie nicht auf das schiff zurückbiegen können sie sind im moment auf sich allein gestellt suchen sie nach einer alternativen route zum lager zurück verstanden wir werden einen weg zurückfinden verstanden Was habe ich denn da? Was ist das denn? Recorder Scanner. Falsch gedrückt. Ah, so! So, der Scree Corroscans schwächt die Gegner. Da muss er aber immer so komisch drücken. Mal eine Frage, Patchouli. Der auch? Nee, ne? Das ist dann nur der, der ausgerüstet ist. Oder ist das der, den ich hier immer drücke mit der Taste Scannen? Nur der blaue Jo. So. Wir müssen auf dieser Schlucht heraus. Dieser große Felsen da oben könnte es sein. Mit ein wenig Einfallsreichtum der Föderation könnten wir diesen Felsen mit einer Bombe bewegen. Sobald er unten ist, können wir darüber laufen und zum Lager zurückkehren, bevor die Gorn das Wissenschaftsteam der Teng-Ha als Schießübung verwenden. Und hier werden wir diese Bombe finden, Fähnrich? Ja, danke, Patchouli. Haben Sie einen Bericht über diesen Ort gelesen? Wir haben hier alle Materialien, die wir für eine Bombe benötigen. Sie werden nicht so hübsch sein, aber sie werden funktionieren. Wenn Sie die Materialien sammeln, werden wir Fähnrich Hunter und ich herausfinden, wo wir sie platzieren. Wir benötigen mindestens drei Bambuscontainer. Schwefel, Kaluminiumhidrat und Kohle. Ja, die Folge von der Enterprise, die kenne ich noch. Die war echt stark. Das sollten wir machen. Ich will hier aber auch mal gucken. Ja, es könnte vielleicht sein, dass er sich die Plätze irgendwie schalten kann, indem er irgendwann die Lithiumverkauf zu Cent macht und dann über Cent kaufen. So ist das ja. Wir haben jetzt hier ein paar Sachen aufgesammelt, die gar nicht mal so unwichtig sind. Schildbatterien, Föderationsfasergewehr und ein Personenschutzschild. So, jetzt gucken wir doch mal bei unserem Brückenoffizier. Die hat ein Personenschutzschild, das ist gut. Das entspricht dem gleichen. Ne, doch hier das rechte, was wir hier haben, ist besser. Kann man sehen. Hat 27,6 mehr Schildleistung. So, das tauschen wir doch aus. So, dann ist sicher mal besser geschützt. Wir können hier auch nochmal ein bisschen Schildschadung Ladungen dazu geben. So vom Gewehr her, was hat sie denn da für eine Faserpistole? So, da sehen wir jetzt. Das Gewehr macht mehr Schaden. Insgesamt, wir geben ihr ein Gewehr. So, dann können wir das nämlich hier wegschweißen. Verwerfen. So, bei dem Schild weiß ich noch nicht. Also da kann man immer mal so ein bisschen gucken. Zum Beispiel hätte ich das bessere Schild behalten können. Sollte man ja auch eigentlich machen. Da sie ein kleiner Schildstreich. Wir tauschen mal eben kurz die Schilde. So, hier hätte ich jetzt auch nochmal Schildladungen. Die kann ich aber gerade nicht rein tun. Die sind nämlich für das Raumschiff. Oder kann der jetzt hier weg. Ja. 8 8 10 10 10 15 15 So, hier sollen wir noch mal scannen, Kohle sammeln, naja. Aber mach dir echt keine Sorgen, Thorsten, du wirst im Spiel doch oft genug an Brückenoffiziere dran kommen. Und zwar durch spezielle Aufträge. Ja, da kommst du an richtig hochwertige Brückenoffiziere dran, die dann lila sind und sowas. Sogar später, ab einem bestimmten Rang, da kannst du sogar Data bekommen und einen Borg und sowas alles. Also da mach dir echt keine Sorgen. Sich nicht treiben lassen, oh, ich will jetzt unbedingt und ich gebe jetzt Geld aus, echt Geld aus, damit ich Zen habe und mir irgendwas Besonderes kaufen kann oder so. Immer locker bleiben. Das ist ganz wichtig. So, Korglomerat meint, hallo, ähm, kleiner Tipp, wenn du deine TOS-Schaden nochmal löscht und ihn bis Sonnastag nach der Serverwaltung einstellst, wird es ein Temporal Recruit, der dann wieder Zusatzbelohnung für den Code verspielen. Ja, könnte man machen, mache ich aber nicht. Ich habe mir immer vorgenommen, mich nicht zu doll von Events eines Spieles beeinflussen zu lassen. Ich ziehe so meinen eigenen Weg durch, weil das, ähm, ja einfach sonst, ich sag mal, meine Freiheit zu doll wegnimmt. Ich fange ja nicht normal an, dann. Man muss auch mal mit dem leben, wie es gerade ist. Im Krieg gibt es auch keine Reset-Taste. Ich fange doch mal von vorne an. Aber für andere Leute sehr wahrscheinlich ein guter Tipp. Ich mache es aber nicht. Auf ich spiele jenen Charakter auch erst am nächsten Samstag wieder weiter, weil ich extra vor habe, mit dem nicht so schnell vorwärts zu gehen, weil ich das ja auch strebe und die Strebe dann weiterhin veröffentlicht lasse für Leute, die dann, sag ich mal, Schritt für Schritt das langsam mit durchleben möchten. Weil wenn ich jetzt hier sechs Stunden spiele oder so oder sieben, dann ist das ein sehr langer Stream, den ich dann aufteile in vielleicht vier, fünf Elementen und dann hat man Zeit, jeden Tag ein bisschen was zu gucken. Wieso trifft er mich, wenn ich da weglaufe? Wieso trifft er mich, wenn ich da weglaufe? So, jetzt haben wir ein paar Bambus, damit wir die Bombe bauen können, die Granate. Gut, bringen wir diese Materialien zu Fuß dieses großen Felsens. Ne, kennt ihr alle noch diese erste Folge hier, also hier mit Captain Kirk, wo er auf die Gorns gestoßen ist? Genau das durchleben wir jetzt gerade hier, das finde ich klasse. So richtig, Fenrich Hunter und ich werden die Bomben bauen, die wir für diesen Felsen über der Schlucht benötigen. Das ist der leichte Teil. Sie müssen die verärgerten Gorn abhalten, während wir arbeiten. Hoffentlich sind Sie ein guter Schütze. Beschützen Sie Fenrich, Skavrin und Fenrich Hunter. Verstanden, arbeiten Sie schnell, Fenrich. Voll daneben geschossen. Schau, es ist nicht wegzurollen. Ja, knapp. Ja, klasse. So, schon verloren. Aber ich wurde wiederbelebt. Schon wieder zu spät geschafft. Er wollte gerade ein Hypo-Spray machen. So, jetzt werde ich Sie mal nicht stören. Nach Hilfe rufen. Soll kämpfen. Boah, jetzt kriege ich die einen Stein nach dem anderen. Aber wenn ich jetzt nach Hilfe rufe, dann hört sie auf mit dem Angreifen. Es könnte sein, dass die das jetzt gleich schafft und mich anschließend dann wiederbelebt. Er ist tot, Jim. Er ist tot. Schade, dass ich nichts sehen kann, da hinten da. Aber wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann wird meine Tarsi platt gemacht. Also, da Fenrich Hunter und ich nun den harten Teil der Arbeit erledigt haben, ist die Zeit gekommen, dass Sie auch mal etwas machen. Sie müssen diese Sprengladung unter den Felsen platzieren. Verteilen Sie sie jedoch zu großflächig. Ich bin mir sicher, dass Sie herausfinden können, wo Sie die Dinger optimal platzieren können. Nehmen Sie die Sprengladung und platzieren Sie diese bei dem markierten Orden. Also immer das Grüne ist die Schnellausführung, was man tun muss. Oder sollte. Das ist einfach. Die Bomben sind primed zu blöden. Wir müssen nach einer sichereren Distanz gehen. So, der große Felsen ist gesprengt. Haha, in der Akademie sagt man, dass der Kampf Mensch gegen Natur vom Menschen verloren wird. Nimm das, nimm dies Natur. Denken Sie, dass Ihr Sieg über Mutter Natur von langer Dauer sein wird, Fenrich? Aber sicher doch, wir sollten jetzt in der Lage sein, den Felsen einfach hochzuklettern. Der Weg ist steil, aber für uns Naturbesieger sollte das kein Problem sein. Passen Sie nur einfach auf, wo Sie hintreten. Klettern Sie den steilen Felsen hoch und kehren Sie zum Basiscamp zurück. Das sollte funktionieren, gehen wir los. Das sollte funktionieren, gehen wir los. Scheinbar sind hier ein paar Gorn durchgekommen. Wir sollten uns beeilen. Jetzt gucken wir nochmal in den Inventar. Da haben wir noch ein besseres Schild bekommen. Genau. Gehen wir jetzt der Tarai. Okay, die kriegt jetzt das etwas bessere. So, das können wir wegschmeißen. Direkt Ordnung, damit das hier nicht alles überläuft. So, der kann so noch ein kleines Hypo-Spray kriegen. Okay, das ist... So. Gone to be wild. Gone to be wild. Das war's. Das war's. Das war's. Manchmal ist es ein bisschen träger. Das ist ja alles über Internet. Danke, Leutnant, für einen Augenblick sah ich die Situation ganz schön schlecht aus. Die Gorn, Sie wollen den Tod Ihrer Leute rächen. Aber wir haben nichts getan. Ich habe seit der Akademie keinen Faser mehr abgefeuert. Sie sind jetzt in Sicherheit, Doktor. Schließen Sie sich Ihren Leuten auf den Shuttle an und kehren Sie nach Tsengha zurück. Schön, dass Sie noch in einem Stück sind, Käpt'n. Hier ist alles gesichert. Die Transporter stehen bereit. Ja, blieben Sie uns mal hoch. So. Ich werde jetzt erst mal einen Kaffee trinken. Das mache ich jetzt. Darum habe ich das Bild mal eben kurz weggemacht. Der muss ja eh und je gerade laden. ein Stückchen Schokolade. Das ist kein schönes Gefühl zu sterben. Zweimal war ich wirklich extrem bewusstlos im Spiel. Ach, beliebige Taste drücken. Der sagt das doch gleich. Ja, Space. Scheinbar haben sich die Gorn ehrenhaft verhalten, Käpt'n. Aber die Tsengha ist in einem schlechten Zustand. Käpt'n Mckinnon ruft uns. Auf dem Bildschirm. Schön von Ihnen zu hören, Leutnant. Danke, dass Sie meine Leute gerettet haben. Oh, Ihr seht ja alles. Wunderbar. Das hat man davon, wenn man sich auf die Technik verlässt. Meine Ursache, Käpt'n. Wie ist Ihr Status? Wir führen Reparaturen durch. Aber es könnte eine Weile dauern, bis unsere Antriebe wieder online sind. Unterstützen Sie die USS Tsengha. Wir fliegen zu Ihrer Position. Vielleicht können wir die Reparaturen beschleunigen. Wir fassen die Farbsignaturen der Gorn auf unsere Langstreckenscansoren. Sie kommen zurück. Steuermann bringen wir uns zwischen die Tsengha und die Gorn. bei einer Wirkung für das citing die Kohle. Ich möchte nicht mal die Gorn daden, die Gorn. Schönen, die Gorn immer auf Höheper und die Gorn und die Gorn. Wir fassen die Gorn und die Gorn. Wir fassen die Gorn und die Gorn und die Gorn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sir, ich weiß, wer das war. Es sind die Romulaner. Romulaner, sind Sie sicher? Ich rasiere mir die Augenbrauen, wenn ich mich irre. Es sind die Romulaner, da bin ich mir sicher. Es gibt noch mehr schlechte Neuigkeiten. Die Gorn kommt zurück mit gezogenen Waffen. Befehle? Roter Alarm. Taktik. Ziehen Sie auf Ihre Subsysteme, um Sie kampfunfähig zu machen. Oh, ist das ein Fever-Schlacht. Der meinte der Welten-Schuss. Oh, jetzt kommt ein Verton-Tropäder. Da hat kaum was ausgemacht. Sehen wir noch mehr? Okay. Ihr dachten, wir konnten diesen Raum gemeinsam teilen. Föderation, Ihre grundlose Aggression gegenüber unserem Forschungsschiff, sagt mir etwas anderes. Käpt'n, wir haben Beweise, dass die Romulaner das Schiff angegriffen haben. Ich sehe keine Romulaner, nur für Eure Rationsschiffe. Halten Sie mich für einen Narren, Käpt'n? Ich sende die Daten, die uns entlasten. Sehr praktisch, Käpt'n. Aber ich bin nicht überzeugt. Zeigen Sie mir diese Romulaner, die unser Schiff zerstört haben sollen, oder zahlen Sie für Ihr Verbrechen. Techniker Scarabin ruft Sie. Käpt'n, ich habe eine Idee. Wenn wir einen geladenen Partikelstoß erzeugen, könnten wir Ihre Tarnung überlasten. Erledigen Sie das, Scarabin. Die Romulaner aufdecken. Sie sind ja ein ganz schlauer Käpt'n. Zu schlau fürchte ich. Niemand darf von unseren Taten erfahren. Ihr Tod, wenn auch bedauerlich, ist notwendig. Ja, oh ne, die kleinen Warbirds, hast du recht. Das werden wir doch sehen. Das werden wir doch sehen. Das werden wir doch sehen. Aber er hat wirklich am Anfang einen guten Welten-Schutz. Aber es wird auch schwieriger irgendwann. Wie auch vorhin auf dem Planeten. Da bin ich ja auch zweimal extrem bewusstlos geworden. Das war die Hitze. Ja. Das war die Hitze. Nächste Chance, sich zu ergeben. Gut gekämpft, Föderation, die Hegemonie wird sich an den heutigen Vorrat der Robolaner erinnern, Verrat und an ihre Hilfe. Ich schlage vor, wir führen unsere Untersuchungen auf Idrin 4 fort unter einem gegenseitigen Friedensvertrag. Eines Tages werden wir vielleicht gemeinsam erkunden gehen. Also man kann auch manchmal... Machen wir mal das. Es war also nicht jemand anderes im Spiel. Gute Arbeit da draußen, Käpt'n. Wir werden gleich zur nächsten Sternenbasis fliehen, aber wir werden hierher zurückkommen, um unsere Arbeit zu beenden und die Gorn zu unterstützen. Jedoch glaube ich, dass die Robolane sich zurückziehen werden. Und das aus gutem Grund. Viel Glück, Käpt'n. Alle Decks haben sich gemeldet. Wir sind bereit, auf Ihren Befehl hin abzudocken. Bringen Sie uns hier weg, Steuermann. Wenn jetzt zum Beispiel hier auch noch Sachen gewesen wären, wie Loot aufsammeln oder so, dann drückt man natürlich nicht weiterfahren, sondern erst mal jetzt nicht. Die meisten Missionen können aus der Ferne abgeschlossen werden. Klicken Sie dazu auf, das Symbol neben der Mission, um Ihren Kontaktmeldung zu erstatten und die Mission abzuschließen. Ich freue mich, von Ihnen zu hören, Joe. Ich habe Käpt'n McKinnons Bericht gelesen auf Ihren vier. Scheint es ja heiß hergegangen zu sein. Das Diplomatische Chor glaubt jedoch, dass Ihr Eingreifen sich in zukünftigen Verhandlungen mit der Gorn bezahlt machen wird. Gute Arbeit. Ah, ich kriege einen neuen Offizier. Technischen Brückenoffizier der Sterneflotte. Sie können den Namen und so weiter ändern. Okay. Skavron. Seien Sie vorsichtig draußen. Qualvolle Vorzeichen. Nehmen wir doch direkt an. Betreff die Sternflotte hat seit einiger Zeit nichts mehr von Deep Space Station K-13 gehört. Es ist ein strategisch wichtiger Standort im Quadranten und die Kommandeure sind besorgt. Begeben Sie sich dorthin und finden Sie heraus, was Sie können und hey, seien Sie vorsichtig. Okay, das könnte schnell nach hinten losgehen. Gehen Sie zu Deep Space K-13 und untersuchen Sie, warum die Station nicht mehr kommuniziert. Das wären dann unsere Belohnungen. Wir haben jetzt gerade schon mehr Belohnungen bekommen. Also akzeptieren erst mal. Sie befinden sich jetzt im Sektorenraum. Hier verkehren Schiffe mit Wartgeschwindigkeit zwischen den Systemen. Im Sektorenraum finden keine Kämpfe statt. Okay, seien Sie vorsichtig da draußen. Drücken Sie M, genau. Da wird wieder die Hilfe uns gesagt, wie wir das dann bewerkstelligen. So, das hatten wir ja schon mal. Beenden. So, wir gucken jetzt aber erst mal im Inventar, was wir so bekommen haben und schauen mal, ob wir uns direkt besser ausrüsten können, weil das hilft uns ja auch länger zu überleben. Und wie wir jetzt sehen, da ist Gavrin, unser Neuerbrückenoffizier. Der bringt auch entsprechende Fähigkeiten mit. Das sieht aus wie Technikteam. Ja, so, wir gehen erst mal Tarsi, weil die war ja schon so fleißig, aber ich brauche auch einen Raumanzug. Tatsächlich, weil ich ja dieses Abonnement habe, lebenslange, einmal abgeschlossen, habe ich natürlich schon Raumschutzanzüge und so weiter, kriege ich so Standardausrüstungen. Die könnte ich mir holen und zwar relativ hochwertige. Mache ich nicht, weil ich ja gesagt habe, ich spiele so, als wenn ich gerade angefangen hätte und nur das Vanilla, was jetzt hier zur Verfügung steht. So, ich könnte jetzt hier diesen Panzer nehmen. Weil so ein Raumanzug hilft ja auch. Den habe ich ja noch nicht. So, den kann ich jetzt hier rein tun. So. So, dann erhöhen sich jetzt meine Werte, dass ich mehr Schaden aushalte. Und habe eine höhere Schildregeneration alle vier Sekunden. So. Schilde, das wäre jetzt auch ein besseres. Weil das reduziert noch zusätzlich Disruptor-Schaden. Das nehme ich dann auch. Dankeschön, habe ich mir erobert. Waffenmäßig. Föderationsphaser-Gewehr. Das sind die aktuellen Primärsorten. Und das ist heftiger. Wir müssen auch nach kritischem Schaden gucken. Beziehungsweise die Treffer-Schanze. Da wird aber nichts gebracht. Also das heißt, es ist auf jeden Fall ein besseres Gewehr, weil es mehr Schaden macht. Tatsächlich könnte ich das auch noch behalten, weil die Pistole bringt mir nicht viel. So. Dann kann man nämlich immer mal auch schnell wechseln. Was ist das denn? Hypo-Spray. Jetzt gehen wir zur Tasi. Die hat ja schon das. Die hat auch schon ein besseres Gewehr. Schutzanzug schlechter. Dann gehen wir jetzt mal nach Scavrin. Der kann jetzt hier schon mal das verbesserte Schutzschild bekommen. Das können wir wegschmeißen. Das ist nichts wert. So. Und waffenmäßig. Was hat er? Normalen Phaser. 18,8. Mehr Laufgeschwindigkeit. Ich glaube, es ist doch ein Tacken besser. Ein Klein. Nicht viel, aber ein bisschen. Jetzt weiß ich gar nicht. Okay, das kann man dann hinterher verwerten. Das kann ich ja jetzt schon mal zeigen. Einmal kurz. Ein bisschen vorgreifen. Recyceln. Da hätten wir jetzt dieses Personenschild. Das könnte man jetzt hier recyceln. Da kriegen wir da Geld für. So. Und dann ist der Platz weg. Bei dem Klasse-F-Shuttle weiß ich nicht, warum wir sowas haben. Nicht kämpfender Begleiter. Welchen Sinn hat das? Hm. Ja, ein Endspielzeug. So. Wir hatten gesagt, wir müssen die Karte aufklicken. So. Da müssen wir hin zum Deep Space K13. Da braucht man gar nicht die Karte aufklicken. Ich würde natürlich sofort am liebsten die Geschichte hier weiterspielen. Aber ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Jeden Samstag wird die weiter fortgesetzt. Stück für Stück. Und ich werde die Episoden dann auch mit meinen schon Vize-Admiral dann natürlich spielen. Weil die hat er auch noch nicht. Nur die Akademie wird er vermutlich nicht durchwandern können. Das ist ja hier was Neues. Ja. Da sind wir gleich da. So. Und wir können jetzt Wir sind nahe der Deep Space K-13. Das ist seltsam. Ich empfange keine Kommunikationssignale, überhaupt keine Signale, weder von K-13 noch von anderen Schiffen im System. Scannen Sie sich nach Anzeichen von feindlichen Schiffen oder feindlicher Aktivität. Sensoren erfassen keine feindlichen Schiffe oder überhaupt Signaturen. Es gibt auch keine Anzeichen von Kampfhandsungen. Seltsam. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nähern Sie sich der Deep Space K-13. Gelber Alarm auf Annäherung vorbereiten. Ich würde jetzt noch einmal kurz, bevor wir da drauf drücken, auf die Station gehen. Weil das soll ja jetzt hier mein zweiter Kamerad werden, hier unten. Der Skavren. So. So. Was kann der hier? Ah, da kann man auch mal drüber Bodenfertigkeiten. Dann geht man hier. Wie komme ich jetzt aus dem Bodenfertigkeiten weg? Ach der hat nur das als Raumreparatur, ne? Ah, so drückt man da drauf. Da sehe ich jetzt welche Fähigkeiten, die im Raum haben. Da, so hier unten muss man drauf drücken. Der kann nur Technik-Team. Der kann nicht mehr, sonst hätte ich das ausgewechselt. So. Gut, das passt. So. Man sollte das normalerweise auch immer alles speichern, was man so eingestellt hat. Ähm. Genau. Auf Shift gehen. Eigenschaften, Fähigkeiten. Nö. Scheint jetzt gerade irgendwie nicht zu gehen. Oder Eigenschaften, Raumschiff? Nö. Ich glaube, man kann im Kampf da nicht speichern oder so. Doch hier, Konfiguration. Ach man, da haben wir es doch. Noch speichern. Hast du eigentlich eine Flotte oder gehörst du eine an? Da meinst du den Romulanischen Republikaner, nicht mich. Also ich selber gehöre hier jetzt noch keiner Flotte an. Und das Ziel ist auch später mit dem Charakter, eventuell sogar mit anderen, die auch gerade anfangen und Newcomer sind, so wie du zum Beispiel, wohl eine eigene Flotte zu gründen. Und dann sollt ihr das dann auch übernehmen. Nur so, dass man diesen Spielspaß hat und ich bin dann auch direkt mit dabei. Ist so ein Gedanke, dass man das vielleicht macht. Und wenn man jetzt noch einen weiteren Charakter hat, sollte man sich auf jeden Fall schon erfahrenen Flotten auch anschließen, weil da auch Leute drin sind. Also man sollte vielleicht nicht nur in einer Flotte sein. Also ich habe es damals gemacht. Bin ich auch gut mitgefahren. Würde ich vermutlich wieder so machen. Aber jetzt hier im Stream möchte ich da ein bisschen neutral sein, weil ich habe hier wirklich ganz tolle Leute auch kennengelernt über den Stream, die schon in guten Flotten sind. Und da kann ich eigentlich auch nur Werbung für machen. Ja, aber es ist auch schön, mal eine kleine Flotte vielleicht zu haben, nur um das Handling mal zu kriegen. Nicht um tatsächlich, jawohl, wir bauen den Spire völlig aus und wir werden die Besten und Größten und Stärksten. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach um den Spaß, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen und zu gucken, wie man das handelt. Hast du jetzt schon zwei abgelehnt? Ja, wir brauchen fünf Leute, dann könnten wir eine eigene machen. Du kannst aber auch später aus einer anderen Flotte wieder austreten. Ja, oder du machst einen neuen Charakter und trittst mit dem dann in eine neue Flotte ein oder so. Oder wir gründen eine mit denen. Also, tu dir keinen Zwang an. Sammel Erfahrungen. Mach, wie du möchtest. Ich wäre jetzt auf jeden Fall noch nicht bereit, eine Flotte zu gründen. Da müssen wir erstmal fünf Leute finden, die sich auch einigermaßen verstehen und sich so vertrauen. Und es ist auch nicht gut, welche zu haben, die perfekt sind. Es ist gut, also auf jeden Fall mal einen zu haben, der alles schon weiß, hundertprozentig, ganz klar. Es ist schon eine indirekte Einladung. Aber es sollten auch Neulinge dabei sein. So, ich konzentriere mich jetzt mal hier. Das sind auch Dinge, die bespricht man hier nicht so. Das machen wir dann mal im Discord. Einfach bei mir im Discord mal so anfragen und dann gucken wir mal, was wir da machen können. Weil ich habe am Anfang auch, glaube ich, bis zu Rang 30, 40, ne sogar, glaube ich, bis 50 komplett ohne Flotte gespielt und bin dann erst in eine Flotte gegangen. Und 50 war damals schon der höchste Rang, den man überhaupt erreichen konnte, ne. Wenn nicht sogar 45 irgendwie, ja, bei der höchste Rang. So, und erst, wo ich alles fertig hatte, den höchsten Rang hatte, da habe ich mich erst noch flotter angeschlossen, ne. Also das eilt auch nicht. Und du kannst ja auch noch weitere kostenlose Charaktere später aufbauen, ne. Und andere Geschichten erleben. So. Gelb Alarm. So, jetzt haben wir hier schon mehr Fähigkeiten. Da oben zeigt er uns, in welche Richtung. So stehe ich noch mal schneller. So, noch die Reparatur. So. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Kontaktieren. Nutzen Sie alle Frequenzen, verwenden Sie jedes Hilfsmittel, das Sie kennen. Halten Sie sich fern. Sie übernehmen Kontrolle. Kommen Sie nicht näher. Sie werden sie auch übernehmen. Die Station kam aus die Station A. Wer übernimmt die Kontrolle? Was geschieht da drüben? Außen. Kanal geschlossen. Wir haben eine Nachricht vom Sternflottenkommando erhalten, Captain. Wir haben den Befehl, die Situation umgehend zu untersuchen. Captain Dothory Baradossati hat diese Station erwähnt. Bringen Sie uns für einen Scan von K-13 heran. Hier oben steht ja Fähigkeitenkauf. Ich habe also schon wieder einen Raum- und einen Bodentunkt dazu bekommen. Waffenkenntnisse sind immer gut. Und Raum haben wir auch. Gehen wir nochmal auf Raum. Geht so nicht. Da machen oben alles auf jeden Fall einmal frei. Gesamte Schadenserhöhung. 25 Prozent. Das ist schon heftig. Aber wir sind Wissenschaftler. Wir machen erst mal auf Schilder. Macht das anders als andere. Erst mal hier. Da kann ja nichts schaden, weil das machen wir eh und je. Dann geht ein und die oberste Reihe erst mal fertig auf. So, K-13 scannen. Es gibt kein Anzeichen für einen Kampf auf der Station, Captain. Auch keine feindlichen Lebensformen. Alles ist ruhig. Irgendwas stimmt hier nicht. Die Sensoren erfassen eine Menge Lebenszeichen da drüben. Aber ich erkenne keine ungewöhnlichen Aktivitäten. Alle Stationssysteme erscheinen. Sollen wir herunterbeamen, versammeln Sie einen Landetrupp im Transporterraum. So, akzeptieren. Mir gefällt das nicht. Niemand auf seiner Station. Nicht einmal der Transportoffizier. Die Station ist auf keiner Alarmstufe. Was geht hier vor? Der T-Coder zeigt ein Lebenszeichen in der Nähe, in der Krankenstation. Felserauf betäuben. Lassen Sie uns der Sache auf den Grund gehen. Oh, ich habe jetzt drei Leute hier. Der Jäger ist dabei. Diese Einschlagslöcher an der Wand wurden durch Faserfeuer verursacht. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Aber zwischen wem? Ein Anzeichen von klingonischem oder romulanischem Waffenfeuer. Es wurden nur Föderationswaffen eingesetzt. Hm, ich habe ein ungutes Gefühl bei dieser Sache. Durch das Fenster mit dem medizinischen Offizier reden. Bleiben Sie stehen und drehen Sie sich langsam um. Ich muss feststellen, ob Sie infiziert sind. Infiziert mit was genau? Neural Parasiten, Leutnant. Eine räuberische Lebensform, die zuletzt von der Besatzung der Enterprise auf der Deneva-Kolonie gesichtet wurde. Jene, die von den Kreaturen besessen sind, greifen die Nicht-Infizierten an, um sie für einen Befehl zu schwächen? Nun, wie Sie sehen können, sind wir freundlich. Ich verändere euch. Timmet, während Sie bisher noch kein feindseliges Verhalten an den Tag gelegt haben, habe ich bereits Parasiten gesehen, die Passivitäten vortäuschten, um leichtläubige Beute anzulocken. Ein Tricorder-Scan Ihrer Adrenalin-Werte sollten genügen, um Ihren Status zu verifizieren. Eine logische Vorsichtsmaßnahme, Fenrich. Scannen Sie. Man jetzt versteht das mal. Er hatte mich gemeint. Das habe ich vorhin gar nicht so richtig mitgekriegt. Meine Flotte ist Level 3. Ich habe jetzt schon 2 Minuten. Ja. Scans zeigen leicht erhöhte Adrenalin-Werte an, allerdings nicht in der Größenordnung, wie man es bei einer infizierten Lebensform erwarten würde. Danke für Ihre Geduld, Leutnant. Man kann bei diesen Parasiten einfach nicht vorsichtig genug sein. Erzählen Sie mir mehr über sie. Nein. Klingt ernst. Irgendwelche Vorschläge? Dem Berichten der Sternflotte nach können die Parasiten zerstört werden, wenn man sich starken ultraviolettem Licht aussetzt. Leider konnte ich bisher die Lichter der Station nicht rekonfigurieren. Ich bin Arzt, kein Techniker. Ich verstehe. Vorsichtshalber habe ich ein Serum entwickelt, mit dem eine Person giftig für die Kreaturen wird. Aber die medizinischen Hilfsgrüder hier sind begrenzt. Ich habe genug Serum für Ihr Außenteam. Und eine weitere Person. Vielleicht finden wir jemand anderen über das Kommunikationssystem. Hoffentlich sind wir hier nicht alleine. Kommunikationssystem verwenden. Hier spricht Leutnant Newcomer von der USS Bergfried. Ist irgendjemand auf der Station in der Lage zu antworten? Dies ist meine Stimme, mit der ich wirklich nicht gerechnet habe. Ich nehme an, Sie haben mein Notsignal empfangen. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, die Station wurde von Neuralparasiten übernommen. Die Kleinwölfe machen uns gehörig zu schaffen, meint Commander Scott. Verstehe. Wir sind hier sicher auf der Krankenstation. Können Sie zu uns kommen? Ich fürchte nicht. Ich bin im Einsatzkontrollraum auf dem Technikdeck. Der Ort ist voller Parasiten. Also werde ich da sicherlich nicht rausgehen. Verstanden, Scotty. Wir werden uns zu Ihnen durchschlagen. Newcomer Ende. Ich habe etwas Sicherheitsausrüstung sichern können. Sie können Ihnen einen weiteren Vorteil gegen die Parasiten verschaffen. Sammeln Sie die Sicherheitsausrüstung ausgezeichnet für Henry. Sie kommen mit uns. Rüsten Sie sich aus und dann ab für Technik. So rüsten Sie Ihre Brückenoffiziere aus, indem Sie auswählen und dann einen Gegenstand in Ihrem Invent. Doppelt klicken. Okay. So, da können Sie jetzt hier... Ah ja. Und Tasi auch. Weil ich habe ja schon. Wobei er hat jetzt doch Level 1. Und ich habe auch. Ich habe sogar ein 2er. Ja, haben wir gemacht. Hat geklappt. Aber mehr Inventar haben wir nicht. Ganz kurz AFK. Sofort wieder da. Sofort wieder da. Sofort wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du bist Level 30, 40, kannst du auch ohne Techniker leben. Ja, und es gibt Leute, wie gesagt, die wollen von Anfang an in, möchten von Anfang an eben noch in einer, ja guck mal, sobald du ein anderes Schiff hast, da kann es ein Beispiel sein, weil du hast ja später die Auswahl, auch mal mehr ein Technikschiff zu nehmen oder mehr so ein taktisches Schiff zu nehmen oder kann sein, dass da plötzlich zwei oder drei Technikerbrückenplätze zu besetzen sind oder es gibt Schiffe, da ist noch ein weiterer Platz da, da kannst du einstellen, ob der Technik, Taktik oder Wissenschaft sein soll. Also musst du auch mal gucken, vielleicht hast du ja eine Möglichkeit, auch ein anderes Schiff zu nehmen, wo du dann diese Brückenoffizier effizient einsetzen kannst. Da würde ich mal zum Schiffshensor gehen und mal gucken, was du da kriegen kannst, zum Beispiel. So, ich hatte hier noch eine Geschichte zu erzählen, der Lichtbringer, war als volle Vorzeichen. Der Lichtbringer, auf Lateinisch und so ein bisschen christlich gesagt, Lucifer, das ist der Lichtbringer. Lucifer heißt Lichtbringer. Der Teufel. Ne, geht da gar nicht durch. Wie in WoW der Lichtbringer. Okay, ich habe ja kein WoW gespielt, aber ich glaube dir da mal, wir kommen hier nicht weiter, wir müssen wieder raus. Steht mir nicht immer im Weg hier, die ganzen Brückenoffiziere. Sieht mal eure Horcher ein. So. Das ist immer wieder falsch gezielt, ey. Das sind immer wieder die gleichen Fehler. Ich glaube, wir machen. Ich bin noch nicht sicher. Ich glaube, wir müssen die Wasserhüge. Ich bin noch nicht überzeugt. Okay, ich bin noch nicht überzeugt. Entschuldigung. Ich bin noch nicht. Okay. Ich bin noch nicht gespielt. Ich empfehlen Sie das. Sie sind nicht mehr. Die Kreaturen sind nach wie vor gegen unsere Tricorder-Scans im Wunscher. Das könnte sein, faszinierend, ich erfasse, ein ungewöhnlich hohes Tachyon-Level. In der Nähe, Leutnant, laut diesen Berichten könnte es in den letzten 4,2 Stunden ein temporales Ereignis auf dieser Station gegeben haben. Wirklich faszinierend, lassen Sie uns fortfahren. Ein NPC namens Uta Lichtbringer. Ich glaube, ich muss da unten die Plätze mal vertauschen. Mit den anderen Charakteren habe ich die genau andersrum. Warte. Ach, jetzt habe ich heute die Scan-Geschichte. Wieso habe ich jetzt den Scan? Jetzt hat er das schon wieder gewechselt. So. Hier, das geht so. Richtig. Dann macht man das hier auf. Die Leiste ist nicht gesperrt. Dann drehe ich den hier rüber. Jetzt sind die vertauscht. Jetzt könnte man die Leiste sperren, mache ich aber nicht. So, jetzt muss man sich mal vorstellen. Hier ist jetzt schon wieder Scan. Der hat meine... Der hat meine Einstellung wieder verdreht. Obwohl ich die nicht getauscht habe. Das ist mir schon mal passiert. Dann habe ich die Begriffe gewechselt. Da. Scannen. V. Nein, den hatte ich letztens gewechselt. Okay. So, und das ist das Gleiche. Darum ist mir das vorhin passiert. Den hat er auch schon wieder gewechselt. Kann ja nie wahr sein. Warum wechselt der meine meine Einstellungen? Jo, hi. Zein Zyklon. Ich muss jetzt jetzt noch mal eben kurz Zielmodus und ducken. Genau, wieder drehen. Der Zeitagent-Rekrut kommt doch erst noch. So. Ja, ich spiele aber das Spiel heute und nicht irgendwie dann, wenn es irgendwie da wieder günstig ist. Sondern ich habe mich entschlossen, heute damit zu starten. Normalerweise wäre ich schon letzte Woche Samstag gestartet, aber da hatte ich einen kleinen Unfall gehabt. Und darum hat sich das verschoben. Und ich spiele auch zum ersten Mal, ne? Sein Fane, Entschuldigung. Wird denn da rumgeschrieben? Da ist einer. wir儿. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der erste Kontrollraum befindet sich am Ende des Ganges zu ihrer Rechten. Ich erfasse ein einzelnes menschliches Lebenszeichen in dem Raum. Die Biosignatur stimmt der medizinischen Datenbank der Sternflatte zufolge mit der von Commander Scott überein. Dann dürfen wir ihn nicht warten lassen. Da stehe ich jetzt nicht. Da kommen wir jetzt nicht hin. Hier ist... Genau. Hier ist... Oh nicht. Da auch nicht. Geradeaus. Na gut. Ah, Scotty. Ah, da sind sie ja. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Dachte, sie wären vielleicht von diesen... Nur ein Mistviechern erwischt worden. Ich werde erst einmal die Tür verschließen, sodass keines dieser Viecher hier reinkommt, während wir unser weiteres Vorgehen besprechen. Da sie nun hier sind, haben wir einiges von an Arbeit vor uns. So wie ich das sehe, müssen wir zum Hauptmaschinenraum und das ultraviolette Licht der Station einschalten. Das sollte diesen Nervensägen Einhalt gebieten. Ist das so, Timed? Ich kann zwar nicht dafür garantieren, dass sämtliche denewanischen Parasiten mittel zu UV-Licht exponiert werden können, aber ich werde ein vollständiges molekulare Aufspaltung aller Parasiten, die dem Licht ausgesetzt waren, einleiten. Ähm, Feenrich. Ei, ei, wie ist eine Vulkanerin, okay? Ich habe versucht, die Lichtsteuerung von hier aus zu überbrücken. Scheinbar hat jemand mehrere duotonische Relais beschädigt. Wir müssen sie reparieren, wenn wir die Station retten wollen. Holen Sie sich vorher ein Kitt aus dieser Kiste. Das könnte nützlich werden. Wir sollten los. Die Parasiten werden nicht auf uns warten. Ich bin froh, Sie bei uns zu haben, Scotty. Gehen Sie voran. Ah, der Scotty. Scotty ohne Scotch. Das ist wie ein Auto ohne Räder. So. Wussten Sie sich mit einem Kitt aus? Aber sicher das. So, hier ist ein Kitt. Da haben Sie gesagt, ein Doppelklick. Ja, hat geklappt. Komische Sortierung. Warum haben die nicht Raum nach oben? Also nicht, er ist Raum. Ja, ja. Aber gut, hier ist eine Waffe und hier ist die Strahlenwand. Naja, egal. Ist halt Logik, ne? Bin ja kein Vulkanier. Bin ja Erdling. Peraner. In Ordnung. Es gibt mehrere Wege durch den Technikbereich. Denken Sie daran, dass die Parasiten sich meist in den dunklen Ecken aufhalten. Und wenn Sie ihn ausweichen wollen, dann bleiben Sie im Licht. Danke für die Erinnerung, Mr. Scott. In Ordnung. Und wenn Sie ihn ausweichen können, dann ist er. Ja, das ist, dass er immer ein thate. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ich muss mal überlegen, vom Schießen her. Vielleicht wäre das doch nicht so gut, 1 und 2 zu vertauschen. Ich will da wieder weg. Wieso kann ich keinen Waffenwechsel machen? Ach, wir haben gar keine Waffen. Doch, da Waffe. Ich kann keinen Waffenwechsel mit X machen. Verstehe ich nicht. Wieso geht das nicht? Ich muss die Option überprüfen. Es ist jetzt belegt für Crewangriff auf mein Ziel. Was soll das? Da, Waffe wechseln ist jetzt auf Z. Der ist auch wieder geändert worden von denen. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Das hatte ich vorhin schon mal alles abgeändert. Gut, da mache ich jetzt den Crewangriff auf Z. Gucken wir mal, ob das richtige Z ist. Z. So, okay. Aber wir müssen tatsächlich ja ganz woanders hin. Wir müssen hier hin. Da. Und eine Getausche höher. Steuerung ist in der Sinne. Ach so, da haben wir das Relais. Reparieren 1 von 4. Jetzt verstehe ich. Wir müssen jetzt da hin. Das heißt, die haben hier den Weg schon mal freigeräumt. Das heißt, die haben hier den Weg schon mal freigiert. Falschrichtung. Er hat uns zwar gezeigt, dass wir woanders hin müssen, aber gut, weil das nicht auf der Karte sichtbar war, darum zeigte uns den grünen Pfeil da an. Das hat nicht damit zu tun, dass man da als erstes hin soll. Falschrichtung. 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 Da unten müssen wir hin, also gehe geradeaus. Irgendwie scheint eine Waffe keinen zweiten Angriff oder was richtig zu haben, aber irgendwie ist das komisch. Ich mache Waffenwechsel und dann funktioniert das nicht so wie bei meinen anderen Charakteren. Das ist ganz komisch. Ich mache das hier auch zum ersten Mal gerade. So zum Maschineraum gehen. So. 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 Alien-Eindringen hier besiegen. Leute, wir müssen reden. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, Hunter. Mein Name ist Daniel Daniels. Das könnte ein wenig schwer nachzuvollziehen sein, aber die Ereignisse in der letzten Zeit können dabei helfen. Ich komme eigentlich aus der Zukunft. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie weit in der Zukunft, nur dass es eine Zukunft ist, die es wert ist, beschützt zu werden. Und darum bin ich nun hier. Die Aliens, gegen die wir kämpfen, heißen, na cool. Und wir befinden uns in einem temporalen kalten Krieg mit Ihnen. Wir versuchen hier die Zeitlinie zu ändern, um die Zukunft zu beeinträchtigen. Ich versichere Ihnen, dass ich einer temporalen Version der obersten Direktive folge. So viel darf ich Ihnen mitteilen. Vertrauen Sie darauf, dass Sie hier das Richtige tun. Also das ist der Gute, der Fenrich Hunter. Der aus der Zukunft kommt und jetzt hier die Vergangenheit irgendwie beeinflussen muss, weil sonst vermutlich das ganze Weltgefüge zerstört wird in Zukunft. Alles sehr verwirrend. Wir gehen da durch. Weiter. Wir haben nicht viel Zeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Neuralparasiten den Narkul in die Hände fallen. Das Schiff der Narkul, von dem diese Eindringlinge stammen, kämpft nun gegen die US-Pnoplemi. Jemand muss ein Notsignal ausgesendet haben. Leider ist die Neuralparasiten den Narkul unterlegen. Dasselbe gilt auch für Ihr Schiff. Zumindest ohne Unterstützung. Wir sollten die Parasiten auf den Schiffen eliminieren, gegen die sie zuvor gekämpft haben. Die Crews werden Ihnen helfen, sobald Sie von den Parasiten befreit haben. Es ist riskant, aber Ihre beste Chance. Das muss man erst mal verdauen. Wir können auf Ihren Befehl hin zum Schiff zurück. Ja, wie mich. Eine Little Beamer. So. Die Pnoplemi hält die Narkul auf, während wir die anderen Schiffe retten. Doch sie werden nicht lange durchhalten. Wir werden von K-13 gerufen, Käpt'n. Auf, tja. Wobei ich will jetzt erst mal gucken, wie mein Schiff noch aussieht. Wir haben keine anderen Waffen, die besser sind derzeit. Unter Chilt-Gerät hier können wir ja auch wegschmeißen. Genau. So, auf den Schirm. Ich sende Ihnen nur die Kommandocode. Verwenden Sie sie, um auf die Computer der deaktivierten Schiffe zuzugreifen und einen UV-Blitz auszulösen. Danke, Scotty. Es hat geklappt, es sieht so aus, als wir etwas geschafft hätten. Hier spricht Käpt'n Dorthory von der USS Myrmidon. Was? Was ist geschehen? Was passiert hier? Ihre Besatzung wurde von Neuralparasiten übernommen. Wir haben sie besiegt. Nur benötigen wir Ihre Hilfe, um dieses Alien-Schiff zu besiegen. Parasiten wie, na schön, Verzeihung. Wir sind direkt hinter Ihnen, Käpt'n. Gehen Sie voran. Bestätigt. Gehen Sie voran. Gehen Sie voran. Femoral shielding? Never heard of it. But maybe a modulated Iambers could destruct. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut gearbeitet, Captain. Sie haben diesen Teufel zurückgeschickt. Wir haben allerdings ein kleines Problem. Der Energiestoß kombiniert mit ihrer Energiequelle hat ein Feedback-Input erzeugt. Das Feedback generiert eine Art Raum-Anomalie, welche die Station zu sich zieht. Wir müssen evakuieren, sofort bestätigt. Alle sind an Bord. Das war's mit dir. Definitiv ein Anblick, den man nicht alle Tage hat. Ist jetzt die Raumstation weg? Captain, bevor K-13 in den Wirbel gezogen wurde, habe ich ein paar Notsignale erhalten von der Station. Gotti, Sie haben gesagt, Sie hätten alle, Sie sind tot. Vielleicht nicht, immerhin war es ein temporaler Wirbel. Wir könnten überlebt haben, in einer anderen Zeit. Hoffentlich, Scotty. Hoffentlich. Nun, denn, das war ein langer Tag, nicht wahr? Neural Parasiten, zeitreisende Plünderer. Im Vergleich dazu kommt mir ja sogar der Alltag auf der Enterprise langweilig vor. Wo wir gerade davon sprechen, ich bin mir sicher, dass eines der Schiffe hier mich wieder zu ihr zurückbringen kann, wo ich nun wieder Parasiten frei bin. Wenn das Sternflottenkommando Ihnen deswegen Ärger macht, dann erinnern Sie sich, dass Leben wichtiger als Ausrüstung sind. Und Sie haben heute sehr viel Leben gerettet. Danke, Scotty. Grüßen Sie Captain Kirk und die Mannschaft von mir. Ich bitte um Entschuldigung für dieses kurzfristige Andi und werde alles erklären, sobald ich kann. Ich kann Ihnen sagen, dass die Geschichte wie geplant verläuft und das K-13 nicht verloren ist. Sie treffen in Krisensituationen stets die richtigen Entscheidungen. Sprechen Sie in der Zwischenzeit mit niemandem über die Narkul oder Zeitreisen. Wir können keine weiteren Veränderungen der Zeitlinie riskieren. Verstanden, wir werden uns bald wieder sprechen, Daniels. Dann will ich aber mehr Antworten hören. Die Scans zeigen nichts an, Captain. Alles scheint wieder den normalen Gang zu gehen. Wir können das System auf Ihren Befehl hin verlassen. Energie. Wir können jetzt hier oben wieder drauf gehen und Meldung machen auf diesen kleinen Zeichen. Lassen Sie mich das klarstellen, Neutland. K-13, eine komplette Raumstation, ist einfach in einer Art Raumanomalie verschwunden. Ich dachte schon, einige von Kirk's Berichten wären ein wenig verrückt. Das Sternflottenkommando wird über den Verlust von K-13 und deren Besatzung nicht begeistert sein. Aber ich freue mich über die vielen Leben, die Sie gerettet haben. Gute Arbeit da draußen, Joe. Weiter so. Okay. Weiter. So, da habe ich wieder einen neuen Drückenoffizier bekommen. Okay. Zurück nach Babel. Nehmen wir schon mal an. Wir haben ein Problem auf Babel. Betreff. Wir haben ein Problem auf Babel. Korridanische, korridianische Rebellen haben mehrere Handelsvertreter der Föderation als Geisern genommen. Sie wollen sie töten. Wenn sich die VFP nicht aus dem Korridan-Sektor zurückzieht, Ich möchte mit dem Verhandlungsteam arbeiten und die Angelegenheit friedlich lösen. Da kriegen wir auch wieder ganz schön viele Offiziere. Akzeptieren. Die angenommene Mission. Wir haben jetzt hier wieder Fähigkeiten. Wobei Daniels meldet sich. Captain, ich muss mit Ihnen in meinem Quartier sprechen. Es ist Zeit für die Erklärung, die ich Ihnen schulde. Sprechen Sie mit Daniels im Babelsystem. Machen wir gleich. Wir gucken erst mal nach den Fähigkeiten. Da haben wir wieder einen Raumpunkt. Raum. Da machen wir auf jeden Fall. Das ist lacke wie Hose. Haben wir. So, dann wollte ich bei unserem Schiff gucken. Und was wir hier für schöne Sachen bekommen haben. Wir haben einen Protonentorpeo-Werfer bekommen. Den wir hier einsetzen können. Der besser ist als unser bisheriger. So. Dann haben wir noch eine. Noch einen Wortkern dazu bekommen. Das sieht so aus, als wenn der Alte, den wir haben, nichts kann. Gar nichts. Nicht für Warbirds. Unserer kann was zusätzlich. Der andere kann gar nichts. Also nehmen wir den noch. So. Dann können wir den hier verschrotten. Und das auch. Weil da steht ja Null Geld. Also kannst du den auch nicht irgendwie anders verwenden. Und dann haben wir sogar noch eine Phaser-Band noch über. Die Geräte, die kann man jetzt theoretisch auch da reinsetzen. So für Notfälle nochmal so eine Energie-Power. Auch mal da oben und unten draufklicken. Dann geht das schon. So. Das Ganze können wir jetzt speichern. So. Jetzt können wir bei uns nochmal mit dem Schild gucken. Jetzt haben wir nochmal ein gutes Power-2-Schild. Wir haben auch jetzt einen neuen Brückenoffizier dazu bekommen. Die Frau T-Meet. Die macht so eine Art E-Meet. Ja. E mit einem guten Schuss Meet drin. Ja. Denke ich mir. Ja. 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 Die ist besser. Wie war es mit dem Laufschaden? Also der hat jetzt auf jeden Fall mehr Laufgeschwindigkeit. Der andere hätte mehr Phaser-Schaden gemacht. 60, 11. Aber nur 60 dazu. 60 Fasor-Schaden. Fasor-Schadensbereich. 11,4 FPS. Da oben 55,9 zu 51,7. Ja. Der macht dafür da oben immer ein bisschen weniger. 5% ist das Ziel zu betäuben und von 50% für die Phaser-Schaden zu verlangsamen. Langsam ist nicht besser, die Waffe. Die hier unbedingt. Aber ist jetzt auch egal. Die ist besser. Die können wir alle wegwerfen. Aber nicht schnüffeln. Die können wir auch nicht mehr wegwerfen. Die haben wir erobert. Der hat aber eine viel höhere MK-Stufe. Die können wir da gar nicht benutzen. Ich auch nicht. Sortieren. Haben wir. So, dann gehen wir jetzt nochmal auf unser Raumschiff. Oder gehen wir auf die Stationen. So, die wäre jetzt hier. Okay. Ob man die da einsetzen kann. Oh, nee. Das war jetzt falsch. Temet. Ja, geht doch. Okay. Das ist ja nur für Außenteam. Das hat nichts mit Technik zu tun. Boden. Das ist einfach nur blau, der ganze Hintergrund. Und der ist einfach nur gelb. Das hat nichts mit Technik oder Wissenschaft zu tun. Okay. Oh, Dachionweile ist cool gewesen immer. Aber kann der das jetzt auch? Oder kann der nur das eine? Status speichern. Status speichern. So, jetzt sind wir bereit für ein Gespräch. Und den Schutzschilden können wir auch noch wegwerfen. So. Nur gut, ich werde gleich da sein. Es geht bei dieser Mission um mehr als Sie sich vorstellen, Käpt'n. Und dann sagt Daniels. Irgendwas stimmt nicht. Ich erkläre es in Kürze. Ob der Vorname Jack heißt. Die befinden sich jetzt im Sektorenraum. Genau. Das heißt. Finden keine Kämpfe statt. Drücken Sie M. Genau. Der zeigt uns jetzt an, wo wir hin müssen. Das Ziel. Da oben. Ach ja. Zum Solosystem. Aber doch immer gern. Das geht jetzt schon automatisch. Aber nichts zu tun. Also der Weltraum ist größer. Glaubt man nur. Wir sehen jetzt gerade nur einen ganz kleinen Teil davon. Zu der Zeit war nicht mehr entdeckt. Das kommt alles im Laufe der Zeit. Wie das ja auch im wirklichen Star Trek, auch in den Filmen und so ist, kommt das dazu. Die entdecken ja immer mehr. Dann noch den Delta Quadrant, den Gamma Quadrant und so weiter. Wir kriegen auch bald bessere Schiffe dazu. Ja, wie soll ich sagen. Falsche jetzt gesagt. Falsche, also andere Wortkerne, wo wir dann noch eine Beschleunigung drin haben. Hier kann man einstellen, ob man mehr auf Waffen oder Verteidigung geht. Ich gehe mehr auf Angriff. Die Anzeige ist ein bisschen komisch. Die könnte man aber auch noch irgendwie einstellen. Wo war das denn? Hm. Das konnte man auch mit so Schiebebalken machen. Vielleicht kommt das später noch. Oder ich... Oder es geht während des Fluges nicht. Ich muss aber ganz kurz AFK, ich bin sofort wieder da. Und da wir auch mit so Sch Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das wird jetzt unsere letzte Mission sein für heute. Wir beginnen zurück nach Babel. Babel ist ein neutraler Planetoid, auf dem sich diplomatische Einrichtungen der Föderation und anderer Mächte befinden. Er hat drei Monate Zion, B, Bar, Rium. Achso, die heißen so. Das ist mein Außenteam. Akzeptieren. Akzeptieren. Er lädt. Er lädt. Ich weiß Ihre Geduld zu schätzen. Ich bin das, was man einen Zeitagenten nennt. Es ist meine Aufgabe, die Zeitlinie zu bewahren. Sie haben mir dabei geholfen, einen temporalen Eingriff. Und es gab noch bei Babel und könnte Ihre Hilfe erneut gebrauchen. Willkommen im temporalen Bereitschaftsraum. Das ist eine Weile her, für mich zumindest. Für Sie scheint ja kaum Zeit vergangen zu sein. Es muss merkwürdig für Sie sein, mich so alt zu sehen. Sobald Sie auf der Enterprise sind, kümmern Sie sich um die NACUL und stellen Sie sicher, dass die Konferenz wie geplant stattfindet. Sie bekommen einen temporalen Transponder, durch den ich mit Ihnen Kontakt trete und Sie zurückbringen kann. Sie bekommen auch diese Nioscanner. Sie haben eine beschränkte Reichweite erkennen, aber NACUL-Agenten. Wenn Sie keinen Fehler machen, dann niemals erfahren, dann wird überhaupt hier gewesen sind. Boah, Gott, nochmal. Also ehrlich, das hätte man einen kleinen Tacken langsamer machen können. Ehrlich, man hat ja gar keine Zeit, Luft zu holen oder so. Es ist schrecklich. So, mit Daniels sprechen. Die Situation auf Babel sollte es nicht geben. Etwas in der Vergangenheit wurde verändert und das nicht zum Besseren. Wir werden uns darum kümmern. Auf High Endem 2020. Atem wird überbewertet. Ja gut. Auf die Enterprise Beamen. So, mit Käpt'n Chekhov sprechen. Lassen wir uns zunächst mit den Sensoren der Enterprise nach Zeichen unserer zeitreisenden Freunde suchen. Der Kommander hat keine Informationen über die NACUL, also müssen wir die Sensoren auf der Brücke manuell rekalibrieren. Ich werde mich darum kümmern. Noch etwas, das Sie wissen sollten. Fähnerich Pavel Chekhov ist derzeit im Dienst auf der Brücke. Daher bleibe ich hier außer Sichtweite. So gern ich auch die Brücke wiedersehen würde, zwei von uns am selben Ort würde unangenehme Fragen aufwerden. Verstanden. Ich werde meine Offiziere hier bei Ihnen lassen. Nur für den Fall. Soll ich alleine? Wir sind auf der Brücke. Die Sensoren rekalibrieren. Oh ja, das kenne ich noch. Wie war das doch? Es soll ja reinkommen. Ja, die Zeit reicht hier aus. Okay, verstanden, verstanden. Jetzt wissen wir. So war das, ja. In einer bestimmten Zeit. Ja, fast. Ja, es gibt Leute, die brauchen da lange für. Also, gute Arbeit. Ich erhalte einige Signale von Deck 11, aber ich kann sie nicht exakt lokalisieren. Irgendeine Störung. Wir müssen näher ran und manuell scannen. Beginnen Sie bei der Cantina. Dort gehen viele Leute ein und aus. Richtig, geht nun zu Deck 11. Darf ich die überhaupt mir angucken? Die Leute hier. Die wollen wir mal scannen. Ja. War das jetzt heimlich genug? Der hat sich umgedreht. Also, ich stelle mich mal hinter die Hüpfel-Dame hier. Das Problem ist, die stehen mir alles so richtig auf so einen Haufen. Ja, das ist nicht so einfach. Aber vermutlich muss ich einfach nur klicken. Und ich merke das nicht. Dann scannen wir mal so hier. Was ist jetzt passiert? Ich glaube, ich bin entdeckt worden. Vulkania, ich möchte mit Ihnen sprechen. Es scheint unhausweilig zu sein. Werden Sie für die Aufnahme von Corridan stimmen? Die kriegen das doch alle mit? Die Sensoren zeigen, dass einer der Delegierten die Launch verlassen hat. Folgen Sie ihm. Er könnte entwischen, bevor Sie ihn scannen können. Ich bin dabei. Kann ich etwas für Sie tun? Nun, verzeihen Sie Botschaft nur ein Routine-Check nach Bio-Schadstoffen. Oh, sollte ich mir Sorgen machen. Ich dachte, dass Sie Ten Transporter-Bio-Gefahren herausfiltern. Wir gehen ganz sicher, Botschafter, für die Sicherheit aller. Das verstehen Sie sicherlich, ne? Selbstverständlich, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ich mache mich auf den Weg. Einen schönen Abend noch, Botschafter. Arrivederci. Die Dame möchte noch mal gescannt werden. Schäkow in der Waffenkammer treffen. Habe ich die jetzt alle durchgescannt oder nicht? Das ist schon komisch, ne? Der zeigt mir jetzt nichts an hier. Na gut. Gehen wir jetzt einfach zum Check-Off. Da müssen wir jetzt in diesem Beam-Raum. Denke ich mir. Nein. Nein. Sie scheinen unterwegs zu sein, auch wenn ich immer noch viele falsche Signale auf den Sendoren bekomme. Lassen Sie uns das Deck überprüfen. Wie sagt man so schön, zwei Köpfe sind besser als einer. Richtig. Gehen wir zur Kreuzung zurück und sammeln ein paar Daten. Das ist ein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Also dann sagt er immer, das war es nicht, okay. Das war es auch nicht. Das war es auch nicht. Ich glaube, der war jetzt, da muss ich jetzt beachten, das war es, das war richtig, gut. Dann müssen wir jetzt hier hin, sehr wahrscheinlich, geht nicht. Das war es nicht. Also fangen wir mal wieder ganz von vorne an. Ist ja auch nicht schlimm. Und wenn ich da einen ganzen Tag dran arbeiten muss, es ist halt so in dem Spiel. Gehört ja mit dazu. Ich kenne das doch. Jetzt machen wir doch noch mal hier. Das war es auch nicht. 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 Hä? Jetzt bin ich ganz, ganz durcheinander. Aber egal, egal. Das war es auch nicht. Jetzt brauchen wir den noch mal. Das war es auch nicht. Ich bin ganz, ganz durcheinander. Ich bin ganz, ganz durcheinander. Ich bin ganz, ganz durcheinander. Hilfsenergie auf die Schilde umleiten. Ja, wo soll ich denn das sonst noch machen? Ah, hier, Hilfsenergie auf die Schilde umleiten. Ah, da stehen ja auch Texte. So. Jetzt müssen wir wieder eine Bombe. Ja, man muss ja auch erst mal die Texte lesen. So, Deck-Reportur, Team 5. Jetzt wieder eine Bombe. Das Problem ist, die erzählen das auf Englisch. Da achte ich natürlich nicht so drauf. Und dann liest man sich das nicht durch. Ich schätze mal, dass ein Engländer oder ein Amerikaner es ein bisschen leichter hat. Oder Leute, die eben die Sprache gut können. Wir können diese Bombe nicht entschärfen, aber da war jetzt so ein Schiff Orion. Warum bienen wir sie nicht in den Weltraum? Wir dürfen nicht zulassen, dass das Schiff übernommen wird. Es hat eine erhebend gefährliche Technologie an Bord. Scotty, Sie müssen mir hierbei vertrauen. Das Schiff muss zerstört werden. Sie dürfen niemandem sagen, was hier vorgefallen ist. Könnte der Zeitlinie irreparablen Schaden zuführen. Abgesehen davon bin ich jetzt Captain, also technisch gesehen, Ihr Vorgesetzter. Na gut, ich nehme Sie bei Bord. Sobald Sie bereit sind, schicke ich Sie in diese Bombe rüber. Auf die Orion-Beam. Viel Glück. Was ist denn das? Den hat cool verfolgen. Den hat cool verfolgen. Ich hab dich in die Lage. Mancheine ich. Ich habe den Bauch. Ich bin ich mit dem Bauch. Ich bin ich mit dem Bauch. So, hier ist jetzt dieser Tipp mit dem Ego-Shooter, was ich schon die ganze Zeit mache, weil ich dann noch leichter rumlaufen kann. Und dann natürlich klar, man hat 30% oder so mehr Schaden macht man. Wenn man den Ego-Shooter-Modus, also jetzt richtig mit Xi-Modus noch spielt, und wenn ich in Deckung gehe, wie ich das hier manchmal auch noch mache, dann habe ich mehr Verteidigung. Das haben sie noch nicht gesagt, das kommt auch später nochmal. Also so im Nahkampf ist das mit diesem Ego-Modus nichts. Das ist was, also jetzt für mich, wenn ich so spiele, eher was für einen Fernkampf. So als Scharfschütze. Ansonsten gibt es auch andere Techniken, mit denen man das so ein bisschen kompensieren kann. Indem man dann eben mal schnell eine Waffe wechselt, mit der man dann auch nochmal richtig Power wieder hat zwischendurch. Das muss jeder selber wissen. Und es gibt auch Situationen, da kann man wohl nur richtig auch dann mit so einer Zieh-Scheibe das dann schaffen. Also mit Zieh-Kernrohr. Man drückt ein WC, um sich zu drücken. Da kommt das jetzt. Dann machen wir aber erst mal der Schild wieder weg. Jetzt kann man natürlich mitten im Kampf auch, wenn man die Zeit hat. So wie hier. Gucken, ob man bessere Ausrüstungsgegenstände bekommen hat. Aber hat man nicht. Wohl daneben. Äh. Wohl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich werde versuchen, die Bombe mit dem Maschinenraum der Orioner Schiffe zu platzieren. Geben Sie mir Deckung. Halten Sie sie im Gang fest, damit Sie mir nicht in den Rücken schießen. Ich halte sie von Ihnen fern, Chekhov. Die Bombe ist platziert, nicht mehr viel Zeit. Wir müssen weg, bevor wir mit dem Schiff hochgehen. New Commander Daniel, bitte kommen. Ich bin will mich hoch. Ich lasse mal Gegenstände nehmen. So. Das war knapp. Ich bin froh, dass ich Sie rechtzeitig erreicht habe. Sie sind beide wertvolle Agenten. Natürlich wird niemand erfahren, was Sie heute getan haben, außer Commander Scott. Es wird auch nicht das Seltsamste sein, was er in seiner Karriere sehen wird, nicht einmal annähernd. Es könnte unser nächstes Treffen etwas heikel machen. In der Tat gehört zum Job, fürchte ich. In der Zwischenzeit kann ich Sie und Käpt'n Chekhov wieder in Ihre entsprechenden Zeitlinien schicken, wenn Sie bereit sind. Danke, Daniels. Käpt'n Chekhov. Was ein Abenteuer. Ich denke, Sie sind ein toller Zeitagent, mein Freund. So schön es auch war, die Inn-Enterprise wiederzusehen. Ich muss mich nun anderen Pflichten widmen. Wir bereiten uns auf ein sehr ernstes Ereignis vor. Die Schlacht von Prokion 5. Dieser Konflikt wird das Schicksal von... Ah, aber darüber müssen Sie sich jetzt keine Sorgen machen. Genießen Sie Ihre Zeit in der Vergangenheit. Eine Zeit wie diese kommt nie wieder. Stimmt, danke für alles, Käpt'n. Bis zum nächsten Mal. Zum Sektor. So ist abgeschlossen. Heute hätte viel gehen können. Wir hätten wichtige Personen der Geschichte verlieren können. Zarek von Vulkan, James Kirk und die Besatzung der Enterprise. Die Liste ist lang. Aber dank Ihnen und Käpt'n Chekhov wurden die Zeitlinien erhalten. Die Babel-Konferenz findet wie geplant statt und Korridan wird Ihnen die Föderation aufgenommen. Gut gemacht. Beobachten Sie weiterhin die Zeitlinie. Ich hoffe, ich kann weiter auf Sie zählen, wenn wir Sie brauchen. Sie erhalten folgende Belohnungen. Ja, das ist doch mal was. Und dann kann ich jetzt aussuchen. In Vulkania, in taktischen, in weiblichen. Alles taktische. Ja. 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 Wobei, man sollte es sich ja auch mal angucken. Ja. 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 Da macht es sogar Torpedo-Angriff großflächig. Die Fähigkeiten sind unterschiedlich. Ja. Da hast du recht, Zinker. Ich sehe das gerade ja auch. Da kommt hier. Da hätte ich dann sogar Torpedo-Angriff großflächig 2 und sowas. Streusalbe. Ja. Man muss wissen, man weiß es jetzt schon nicht. Man ist am Anfang und man wird später eh und je noch hin und her rumschieben. Je nachdem, was für ein Schiff man dann auch hat. Man kann die dann alle umschulen. Das war ja die nächste Geschichte. Also es gab aber ein paar, die nur dem Charakter eigen waren. Wo sind die denn hier aufgelistet? Also nur der Person meine ich, da gab es sowas. Ja. 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 Ich spreche. Ja. okay. Feuer frei ist auch nicht schlecht, aber ein Torpedo sollte man schon vorne immer drin haben, weil die eben so einen Power machen. Früher gab es auch Leute, gibt es vielleicht heute noch. Ich weiß nicht, das war damals auch interessant. Die haben überhaupt keine Torpedos genommen und haben sich wirklich nur voll auf Strahlwaffen und alles konzentriert und haben da auch einen unglaublichen Power rausgeholt. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den veränderten Skillsystemen unterstützt wird. Ansonsten sage ich immer, es ist auf jeden Fall gut, einmal so ein Torpedo so richtig mit Power-Schaden auch mal durchzuziehen, weil die auch teilweise Schilde durchdringen. Dann gibt es natürlich auch die Eingriffsmuster, auch Beta sehe ich gerade, hat der eine, ist nicht schlecht. Hat der aber auch. Die nehme ich jetzt hier einfach. Eine Tellaritin. Und meist lernt man eh und je nur durch Fehler. So weit treten. Dann gehen wir jetzt noch mal aufs Raumschiff. Da ist ja jetzt noch jemand. Gut. Inventar. Gehen wir jetzt mal zu unserem Schiff. Da haben wir ein besseres Deflektor-Schild. Auf jeden Fall verbessert. Eine Konsole haben wir jetzt, die wir endlich einbauen könnten. Na ja, plus fünf Schaden Widerstand. Besser als gar nichts. So, den können wir verschrotten. So, den haben wir noch. Wobei der auch bald nichts mehr wert ist, weil der auch keine MK-Stufe hat. Der ist auch der unterste der unterste. So, Stationen. So, Stationen. Wichtig ist, einen Brücken-Offizier zu kriegen. Nicht Brücken-Offizier, aber irgendwelche Dienst-Offiziere später. Die auch dafür sorgen, dass die Abklingzeiten reduziert werden. Ja, das sind so passive, die man ja irgendwie so eingestellt hat. Aber da kommen wir später zu. Das weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr so richtig auswendig. Das kommt dann alles hier im Spiel dazu. So, wir hätten jetzt hier die Möglichkeit, sie dann auch im Boden einzusetzen. Dann haben wir jetzt hier richtig gutes Begleitpersonal. Oh, die hat auch. Der müsste erstmal geschult werden, also das bringt überhaupt nichts. Da kann ich auch meine Arsi wieder nehmen. So, machen wir auch. So, ich denke mal, das ist so alles, was man da machen kann. So, ich denke mal, das ist so alles, was man da machen kann. So, wir haben jetzt wieder eine Fähigkeit, aber eine Raumfähigkeit kommt dazu. Dann nehmen wir nochmal die Abbrechen. Abbrechen. Minen und Torpedowaffen. Das ist die Sache, ob man jetzt wirklich den Einstrang hier komplett durchzieht. Aber auch die Strahlenwaffen haben Abklingzeiten. Zumindest wenn sie überladen sein sollen. Aber dafür ist das schwer. Ja. Hab ich den schon gekauft? Nein. Wunderschöne. Das ist die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht mal wirklich nicht mehr auf Wissenschaft gehen. Das wäre aber eine ganz neue Entscheidung. Ich mache das jetzt hier erstmal. Er hätte immer eine Schadenserhöhung von 25 Prozent. Das wäre viel. Das kann ich mir immer noch überlegen. Gut. In dem Sinne würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden und sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche Samstag geht es hier mit dieser temporalen Geschichte weiter. Ich bin immer noch nicht weit. Was bin ich denn derzeit? Hier stehen auch immer die ganzen Belohnungen, die man bekommen hat. Wir sind derzeit acht. Und zehn kommt doch. Ich sage dann auf jeden Fall Tschüss und auf Wiedersehen. Ich gucke mal, ob noch jemand gerade hier schön am Stream ist. Es gibt gerade niemanden, der Star Trek Online streamt. Von meinen Freunden. Darum sage ich dann jetzt mal Tschüss und schönen Abend noch. Bis morgen. Da wird auch Star Trek gespielt, aber mit meinen alten Charakteren. Und der Zinker sagt nochmal Danke für den Stream. Tschüss. Yo. Allen zusammen. Tschüss. Schöne Abend. Tschüss. Shallst Schöne Abend.